Disclaimer Das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut, zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv. Nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen. Aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der Runde. Das Ding hier viel zu selten. Es ist alles verstellt. Zack. So. Huhu hier wieder beim Quali und zu einer anderen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Jetzt auch mit Ton. Ja, wir spielen heute eine Runde DSA und ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir spielen DSA, weil, schaut in, äh, dieses Buch, da steht drin, dass wir gerade offiziell DSA spielen. Also, ähm, da steht noch DSA Arcana, weil, äh, ja, bevor ich dieses Buch kannte, hab ich gedacht, ich mach mal ein eigenes Regelsystem oder adoptiere ein Regelsystem. Aber jetzt, äh, ja. Steht da, spielt wie ihr wollt und das machen wir jetzt. Gut, ähm, wir spielen DSA Abenteuer Die Attentäter. Das ist schon was älter und, äh, in dem Abenteuer gibt es eine, ähm, ja, eine, äh, eine Sache, die, ja, Aventurien, die Geschichte von Aventurien ziemlich bedeutsam verändert hat. Und, äh, vielleicht kommen wir da heute zu. Vielleicht ist das heute hier das Finale. Mal schauen, wie schnell wir vorankommen. Wenn nicht, ist es die nächste, ist die nächste Session. Ähm, falls ihr aber das Abenteuer kennt oder wisst, ähm, welchen Plot-Twist es hier gibt, also, ähm, dann haltet euch zurück. Denn die SpielerInnen, äh, schauen auch gerne in den Chat. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Ähm, ja. Heute mit dabei die Feramin als Kendra. Hallo. Und die Fede als Hildigunde. Hallo. Und der Ossi als Bruch. Hallo. Und der Pölle als Umdur. Erohn zum Gruße. Genau. Diese vier Helden sind Mitglieder der KGIA, der Kaiserlich-Karätischen Informationsagentur. Ähm, dabei nicht unbedingt, ähm, ja, die, äh, diejenigen, die am höchsten auf der, äh, Karriereleiter sind. Ähm, ja. Und sie haben einen Auftrag erledigt, haben eine, einen bösen, eine böse, äh, ja, Aufwieglerin, äh, Verschwörerin oder Kultistin, man weiß nicht genau, was sie genau war, äh, ja, um die Ecke gebracht und haben sich dabei unwissentlich und, äh, unwillentlich mit einem Fluch infiziert, der sie nun zwingt, ähm, ähm, den Kaiser zu töten. Denn, ähm, ja, der Fluch besagte, Kaiserhal ist ein Tyrann. Und wie geht's weiter? Na, wisst ihr noch? Ich meigere mich, das auszusprechen. Geh und töte diesen Mann. Geh und töte diesen Mann. Genau, richtig. Um nochmal in die, äh, in den Fluch hineinzukommen. Genau. Kaiserhal ist ein Tyrann. Geh und töte diesen Mann. Ja, und, ähm, das haben zuerst die Spielerinnen und Spieler, also die Charaktere versucht zu vermeiden. Ähm, der Fluch hat allerdings so einige magische Nebenwirkungen, die verhindern, dass man entweder Hilfe holt oder dass man sich irgendwie sonst wie aus dieser Sache heraus mogelt, was alles schon zur Gänze versucht wurde. Und, ähm, ja, dafür haben sie sich jetzt in ihr Schicksal ergeben. Und, äh, nachdem sie auch schon in Garret in dem Kerker gelandet sind auf der Suche nach Hilfe, ähm, weil auch die ganzen Hohen Hesinde, Weiten und Weismagier ihnen nicht helfen konnten, ähm, sind sie nun auf dem Weg ins Bornland, ähm, um dort den Kaiser wirklich zu töten. Und, ähm, sie haben herausgefunden, dass der Kaiser also nicht in der, im Kaiserpalast in Garret verweilt, sondern auf einer, einem Empfang im Bornland ist, auf der Burg Ilmenstein. Und dort, äh, ja, bei einem, einem, einer Festivität, äh, der dortigen Immensteins, äh, anwesend. Es gibt einen Ball. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr diesem Ball sogar noch beiwohnen. Das heißt, ihr, ihr seid aufgebrochen, um euch auf dem schnellsten Wege über das Gebirge in Richtung Bornland, äh, unter, äh, auf den Weg zu machen. Und, äh, auf dem Weg, ähm, können wir nochmal kurz vielleicht, ähm, in Charakter gehen und mal kurz besprechen, was denn jetzt euer Plan ist. Also, auf die Burg Ilmenstein zu finden, dürfte kein großes Problem sein. Aber, was macht ihr denn, wenn ihr jetzt dann da seid? Also, habt ihr schon einen Plan, was ihr danach macht, wenn wir ihn umgebracht haben? Warum denkst du an den zweiten Schritt, bevor du den ersten erledigt hast? Naja, uns bleiben zwei Optionen offen, entweder abhauen oder sterben. Ich kann mir sagen lassen, im Norden soll es eigentlich ganz schön sein. Und dafür irren sich nicht so oft Südländer hin, weil es denen viel zu kalt ist, also... Tja. Ich hab gehört, die suchen dort oben auch den einen oder anderen Söldner. Ihr habt euch damit abgefunden? Was sollt ihr denn sonst machen? Es ist besser, sich schon mal Gedanken darüber zu machen, wohin einen der Weg führt, falls man es nicht verhindern kann. Meinst du nicht? Wenn man schon mal in Severien ist, kann man auch gleich da bleiben. Wart ihr schon mal im Bornland? Ja. Bisher noch nicht. Springst hinter drei Bäume und findest nie wieder zurück. Verloren in der Wildnis. Gilt das nur für Fremde oder gilt das auch für die Einheimischen? Kommt drauf an, wo. Aber Severien liegt ganz im Norden. Das ist die abgeschiedenste Gegend. Man sollte nur nicht zu weit laufen. In der Steppe lungern Elfen rum und die knallen dich ab. Bei jeder sich bietende Gelegenheit. Die Frage ist auch, wie kommen wir da überhaupt raus, um da selber drauf zu gehen. Kommt drauf an, wenn wir es schaffen sollten, wann es passiert. Zur Nacht schlafende Stunde mit wenig Wachen. Es ist wahrscheinlich leichter, von dort wieder wegzukommen, wie wenn das an einem ziemlich öffentlichen Platz passieren würde. Wenn der Kaiser schläft, ist er wahrscheinlich besser bewacht als der Königsschatz. Nicht jeder mag die Wachen direkt bei sich im Schlafzimmer haben, wenn er sich in einem hohen Turm sicher wähnt. Also wenn ich ein freies Schussfeld habe und halb wirklich erschießen will, kriege ich das, denke ich, hin. Ich glaube auch, dass deine Pfeile schneller sind wie so manche Wache. Vor allem, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass gerade eine akute Bedrohung für ihn besteht. Ich meine, wir wissen alle, dass Wachen, wenn lange nichts passiert und sie nicht irgendwas erwarten, dass Wachen auch ein bisschen nachlässig werden. Es sind keine Stadtwachen, um das mal zu sagen. Es sind kaiserliche Wachen. Also Elite-Wachen, eventuell auch ein Hofmagier, eventuell auch irgendein Rondra-Geweihter in der Nähe, keine Ahnung, oder ein Pryos-Geweihter. Mit dem reist denn der Kaiser so? Aber mir ist es lange immer ziemlich egal. Mir auch. Also auf jeden Fall mit einem riesigen Hofstab. Frauen, Priester, was weiß ich. Alles, was irgendwie Namen und Fuß hat und sich im Glanz des Kaisers sonnen kann und möchte. Noch dazu sind ja etliche Gräfe und Barone noch da, ne? Das heißt, wenn wir jetzt auch noch damit rechnen, dass die ganzen Barone und Grafen, was weiß ich, was da noch herumfleucht, sich ein wenig auskennen. Das wird in Gefahr laufen, dass ich oder Hildegunde auch noch erkannt werden. Und das wird Fragen aufreißen. Ihr zwei könntet doch eigentlich auch als Gäste auftreten, oder nicht? Das kommt ein bisschen komisch, wenn der verlorene Sohn plötzlich nach guten 20 Jahren einfach so auftaucht und sagt, hallo, ich bin hier. Naja, wenn ihn die gute Hildegunde davon überzeugt hat, dass es an der Zeit ist, in den Schoß der Familie zurückzukehren. Ja, ich erinnere mich nicht an viel, aber ich weiß, dass ich mich ultra mit meinem Onkel gezankt habe. Dann sprichst du Bosporano. Naja, du bist ja adelig. Buch verdreht mal ganz theatralisch die Augen. Den Adelstitel habe ich schon lange abgelegt. Aber theoretisch könntet ihr auch als, ihr könntet euch beide auch einfach als jemand anders ausgeben, als ihr seid. Also schon als Adelige, weil ich meine, ihr habt einfach das richtige Gebaren dafür. Ihr lasst uns das ja auch oft genug spüren. Und ich glaube nicht, dass der Kaiser oder dass man jeden kleinsten Landadel persönlich kennt. Und wenn du schon seit 20 Jahren verschwunden bist, wer soll dich denn wiedererkennen? Aber Kendra, mir kommt gerade eine andere Idee. Wer weiß, vielleicht wäre es besser, wenn wir das nicht auf die Adelige Weise lösen mit den beiden, sondern auf unsere Art. Im Geheimen. Auf einem Empfang ist es schwieriger, jemanden Einzelnen zu erledigen. Es sei denn, man kann in der Menge untertauchen. Das wird da nicht möglich sein. Ich würde vorschlagen, wir warten eine Gelegenheit ab, in der wir etwas, naja, privater, wenn du verstehst, was ich meine, auf den Kaiser treffen. Vielleicht gibt es da ja eine Jagd oder, naja, der Kaiser hat sich zum Gott erhoben. Müssen Gott ja auch mal aufs Klo? Das war jetzt gerade auch meine Idee. Und ich glaube, eine Dienstmarkt oder einen einfachen Knecht wird keiner besonders mit Aufmerksamkeit bedenken. Wie wäre es damit, dass wir uns in Gruppen aufteilen? Die Gunde und ich machen uns rar als Adelige, lenken den König ab, äh, den Kaiser ab und ihr mischt euch so unter das bunte Volk. Dann haben wir gleich zwei Teams. Wie wollt ihr denn an den Kaiser rankommen? Also, ich wiederhole nochmal, da werden ungefähr viele Wachen sein. Nun, wenn wir uns richtig verkaufen, können wir uns bestimmt als ultra wichtig hinstellen. Und auch, wenn wir vielleicht nicht aus den hiesigen Landen kommen. Eventuell gibt es auch die Möglichkeit, dass der Kaiser mit weniger Wachen zu einem anderen Ort unterwegs ist und hin ist. Und solange es nicht zu viele sind, sollte das kein Problem für mich sein. Ja, ich wiederhole noch einmal, ich halte es für klüger, ihn zu beschatten. Ich meine, Kendra kann das ja gar nicht mal verkehrt, glaube ich. Und einen eher privaten Moment abzupassen. Müssen die mir ja nicht ein bisschen schlaff gemacht haben. Obwohl vielleicht gerade sogar das. Ich meine, wie sieht denn so ein Tag aus für so einen Kaiser? Hat da jemand irgendwie eine Vorstellung von, der wird doch nicht die ganze Zeit von 20 Leuten umringt sein? Naja. So könnte man es ausdrücken. Ich glaube, manche Könige sind nicht mal alleine, wenn sie ihr Geschäft verrichten. Ich habe mir sagen lassen, dass es in manchen Ländern wohl durchaus sogar eine Ehre für diejenigen darstellt, die dem König bei solchen Verrichtungen beiwohnen dürfen. Welches Geschäft? Beide. Hä? Halter. Was? In manchen Ländern ist es wohl eine Ehre, wenn man dem König beim Kacken zusehen darf. Also doch Toilette. Er ist immerhin ein Gott, weil er hat schon mal einen Gott Kacken sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Leute sich in seiner unmittelbaren Nähe überhaupt aufhalten dürfen. Immerhin hat er sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen. Das ist ein anderer Punkt. Das ist ein anderer Punkt, der uns natürlich nie hinspielen könnte. Es kann also sein, dass er öfter alleine ist. Also um das nochmal zu sagen, aktuell fehlen uns scheinbar Infos. Sehe ich das richtig? Ja. Nun, meine Erinnerung ist nicht ganz völlig zurück. Ich weiß nicht genau, was in den letzten paar Jahren passiert ist in den Adeligen gefilten. Ich habe mich nicht unbedingt dafür interessiert. Vielleicht sollten wir die weitere Planung darauf vertagen, wenn wir uns dort vor Ort ein Bild gemacht haben. Dass wir erstmal schauen, was ist überhaupt Sache und wie sieht diese verflixte Burg überhaupt aus. Weil ich meine, sich irgendwie in seinen Schlafgemacht zu schleichen, ist eine prima Idee. Nur wenn wir keinen Plan haben, wo das liegt. Ich denke auch, wir brauchen erst noch ein paar mehr Informationen, bevor wir einen Plan überhaupt ins Auge fassen können. Dafür sollten wir uns möglichst unabfällig umschauen und da werden wir die ein oder andere Möglichkeit befinden. Also ich habe kein Problem damit, wenn wir dort angekommen sind, zu fragen, ob sie noch helfende Hände brauchen. Es wird ja oft genug bei solchen großen Festen, dass jeder angeheuert wird zum Helfen, der irgendwie ein Tablett tragen kann. Nun, ich glaube, wir haben alle die Bekleidung dafür, aber schaut's auf, für die Gunde. Das ist zu fein. Ist ja nicht so, als würde ich hier in dem feinsten Zürm rumlaufen. Glaubt mir, für jemanden von meiner Art bin ich noch recht unscheinbar gekleidet, aber eine Dienstmacht kann ich damit definitiv nicht nehmen, nein. Bei mir ist allerdings auch das Problem, dass ich Handschuhe tragen müsste. Also mich werden die sicherlich nicht da reinlassen als Knecht oder was auch immer. Und ich schaue noch mal an mir runter. Ich trage echt ziemlich abgeranzte Kleidung, habe nur ein Auge. Du bist aber ein verdammt. Und nur noch die Hälfte meiner Zähne. Du bist ein sehr guter Jäger. Ja. Und sie werden entsprechend Wildbrett brauchen für so ein Fest. Möglicherweise stellen sie auch dort Aushilfen ein. Du könntest auch einfach behaupten, du bist einer, der dafür bezahlt wird. Da wird keiner eine Liste wirklich für. Wir brauchen nur den Namen desjenigen, der das Fleisch annimmt. Und das ist höchstwahrscheinlich der Koch, höchstpersönlich. Und ein Beutetier. Aber das muss ich ja wohl hinbekommen. Ja, ein Beutetier sollte sich auftreiben lassen. Wenn es mir gelingt, zu den Mäkten da irgendwie einen Job zu finden, dann ist es ja wohl kein Problem, rauszufinden, wer für die Annahme des Fleisches zuständig ist. Es müssen bestimmt irgendwelche Tribünen oder so aufgebaut werden. Da kann ich sicherlich auch gut helfen. Also tun wir das, was wir tun. Infiltration. Dafür wurden wir ausgebildet. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo ich meinen Platz finde. Bei mir ist das immer etwas komplizierter. Oh, grunstbelustigt. Gibt es nicht teilweise auch magische Darbietungen zur Belustigung, zum Zeitvertreib? Kannst du irgendetwas, womit du dich anpreisen könntest? Oh, ich kann jedem glauben machen, er hätte die schönste Nacht an seinem Leben gehabt. Das Problem ist das mit dem Auge. Und sie deutet auf ihr rot unterlaufenes Auge seit ihrem einen Unfall, wenn ihr euch erinnert, mit den Ärdertchen im Gesicht. Bin ich, glaube ich, nicht als Entertainerin geeignet. Es kommt darauf an, welche Magie du wirkst. Wer achtet schon auf den Puppen-Spieler? Ich habe so ein bisschen Angst, eine magische Darbietung ausgerechnet Kaiser Hall anzubieten. Ihr könnt euch daran erinnern, weswegen Galotta vom Hof geflogen ist? Ich werde einfach versuchen, mich ohne Namen und ohne Aufgabe auf dieses Fest zu schmuggeln. Und solange keiner nachfragt oder nur eine Person oder zwei, werde ich einfach nicht existent sein. Ich sollte durchaus in der Lage sein, meine eigene Existenz zu löschen von diesem Ereignis. Zumindest Hildigunde wird als Magier wissen, wer wahrscheinlich auf dem Fest magische Unterstützung für den Kaiser bietet. Das wird wahrscheinlich der Hofmagus Ciranorfeja Moon sein. Ein Meister der Antimagie. Also quasi der Antimagier schlechthin im ganzen Reich. Ja, definitiv jemand, dem ich nicht über den Weg laufen will. Oft zum Fest. Nicht mit meinen Intentionen und meinem Auftrag. Der forscht zur Zeit übrigens, das wirst du vielleicht auch wissen, an der Chance, Wetterphänomene auf magische Art einzudämmen. Beeinflussung des Wetters. Okay. Ja, außerdem könnte magische Vorgehen außerdem noch erschwert werden, weil höchstwahrscheinlich auch noch die kaiserliche Hofgeweihte zum kaiserlichen Trost gehört. Also die, die schon früher Amme war vom Kaiser, seit der Kind war, ist traditionell eine Hochgeweihte des Brajos. Ja, das verkompliziert die Sache auch nochmal. Weswegen ich mich am besten einfach ungesehen und ignoriert in einer Ecke verziehe und einfach nur zuhöre. Möglichst wenig interagiere und die graue Maus spiele, die ich nun mal bin. Nein. Bruch steht auf und klopft sich so ein bisschen extravagant den Staub von der Hose und beugt sich so einmal noch herunter nach euch. Töten wir einen Kaiser. Hier an deiner galanten Geste vorbei und zieh einmal so den Schnorrer aus, während ich an dir vorbeigehe. Ich stelle dir ein Bein währenddessen. Ja, dann stolpere ich so leicht beim Gehen und werfe dir so einen verschmitzten Blick zu. Grinse zurück. Ja, eure Reise verläuft relativ rasch, ohne viel Vorkommnisse. Und der innerliche Zwang, der euch ja schon lange ergriffen hat, lässt irgendwie einen, also hat definitiv immer noch eine Präsenz in eurem Kopf. Sei es in den Nächten, in denen ihr schlecht träumt, immer wieder die gleichen gewalttätigen Träume habt. Oder dass ihr halt diesen, seitdem ihr wisst, wo der Kaiser ist, wieder diesen Zwang verspürt, möglichst schnell dorthin zu gelangen. Es ist so wirklich, als wäre der Puppenspieler über euch, der euch an den Fäden tanzen lässt. Und man diese Fäden als Puppe deutlich wahrnimmt. Und das verstärkt sich noch, als ihr das Schloss und das Anwesen der Gräfin von Ilmenstein dann wirklich sehen kann. Die umliegenden Dörfer und Städte sind schon völlig ergriffen von der Festivität, die dort stattfindet. Viele Leute sind auf den Straßen, viele bieten sich an als Händler oder Reisende oder versuchen irgendwie einen Teil dazu beizutragen, dass dem Gottkaiser des Mittelreiches und des Reiches überhaupt hier die schönste Zeit seines Lebens bereitet wird. Alle Straßen sind geschmückt, festlich. Überall gibt es Spielmannskapellen und Gaukler-Truppen, die um die Wette eifern, um vielleicht irgendjemanden zu treffen, der sie mit auf das Schloss einlädt. Doch man merkt schnell auch in den Dörfern, dass viele dieser Menschen, die versuchen irgendwie im Kaiser dann irgendwie beiwohnen zu können bei dieser Festivität, schnell enttäuscht werden. Weil es sehr schroff von der Löwengarde, die anwesend ist, viele abgewiesen werden und das Gebiet rund um das Schloss fast bis zum Erbrechen patrouilliert wird und überall Wachen sind und die Leute abweisen. Nur spezielle Menschen sollen dieser Festivität teilnehmen, und zwar hier sollte sich jeder und so hat Hauptmann Thilo bestimmt einen Passierschein besorgen müssen und einer genauen Überprüfung der Löwengarde standhalten, um eingelassen zu werden. Und so trübt sich eure Vorhaben, sich dort einzuschmuggeln ein bisschen, denn die Löwengarde und gerade Hauptmann Thilo sind dafür bekannt, sehr gründliche Menschen zu sein und sehr gründliche Wachleute. Die ist die Elite-Garde, die hier den Kaiser bewacht. Es war zu erwarten, aber jetzt mit der Realität konfrontiert zu werden, ist schon schlimm. Und doch zieht euch der Fluch immer weiter an seinen Fäden, immer mehr. Und wenn ihr auch nur diesen eine, zwei Stunden Rast in der Taverne macht, um ein paar Floskeln der Leute aufzuschlappen und zu erfahren, wie es denn um die Burg und um das Schloss steht, allein da ist der Drang schon fast übermenschlich, sich zu dem Schloss zu begeben. Aber ihr könnt dem Stand halten. Und tatsächlich gibt es einen Hoffnungsschimmer an diesem Abend in der Taverne. Hättet ihr dem Drang nachgegeben und wer sofort auf Teufel komm raus zum Schloss gereist, um euch irgendwie einzuschleichen, hättet ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber am nächsten Tag ist wirklich der Ball an des Abends. Und der Unmut der Leute im angrenzenden Dorf ist riesig, weil kaum jemand aus dem Dorf sich beteiligen darf. Und so hat der Kaiser in all seiner Göttlichkeit verfügt, als er auf einem Ausflug durch das Dorf war, sich über Hauptmantilos empfehlen, hinwegzusetzen und um keinen schlechten Eindruck zu machen und diese Teile seines Landes nicht zu verprellen und die einfache Bevölkerung nicht einfach so stehen zu lassen und sich nur mit den Adligen abzugeben, hat er sich erstens sehen lassen im Dorf, schwer, schwer beschützt von etlichen Gardetruppen und nur auf einer Sänfte durch das Dorf tragen lassen. Aber immerhin, die Menschen dürften ihn sehen und er hat danach verfügt, dass es keine Einladung mehr braucht und jeder, der helfen will, gerne gesehen ist. Und so haben sich die Leute sofort dann daran gemacht, bei dem kaiserlichen, wie nennt man das, Ausrufer, wie heißen die? Ich stelle gerade den Namen nicht ein. Herold? Genau, Herold. Danke. Beim kaiserlichen Herold, der dieses verkündet in der Taverne, sofort steht fast jeder im Schankraum auf und belagert ihn mit seinem Anliegen, weil jeder hier möchte dabei sein. Was macht ihr? Nun, Bruch wird so ein paar Leute zur Seite schieben, sodass er dann direkt vorm Herold steht. Ich möchte helfen! Bruch verschafft sich durch seine Statur Platz und der Herold neben den beiden Löwengardisten auf einem kleinen Empore stehend. Er hat ein langes Pergament und eine Schreibfeder. Blick dich so mit einem hochgezogenen Augenbrau an. Sicher, viele hier wollen helfen, aber fangen wir doch mit dir an. Name? Armadillo. Ja, und weiter? Treublatz. Und bei was möchtet ihr denn helfen? Ich hätte hier einige Posten zu vergeben. Die anderen können ja schon mal aufpassen. Kartoffeln schälen in der Küche vielleicht, obwohl das ist für eure Statur vielleicht etwas, vielleicht eher was mit, Weinfässer müssen getragen werden. Ich glaube, das ist irgendwie eurer Muskelkraft wohl eher anträglich. Ich könnte dir das. Bruch wird einen Tisch in der Taverne einfach wie aus dem Stehgreif hochheben und mit beiden Armen nach oben stemmen. Okay. Sehr schön. Gut. Also, Weinfässer tragen. Amadillo Träubblatt war das, nicht wahr? Richtig. Sehr gut. Ich schreibe euren Namen auf, auf die Liste. Ihr habt von Kartoffeln schon angesprochen? Das kann ich ziemlich gut. Ich habe viel Erfahrung in der Küche. Ja, wie viele Kartoffeln schafft dir denn in ... Och, drei große Körbe? Drei große Körbe? Na gut. Geschickte und flinke Finger. Gut. Das ... Man merkt ihm an, dass er sich nicht wirklich mit dem Kartoffelschälen auskennt. Das klingt viel. Es ist nur eine Frage der Technik. Ja, das könnt ihr dann unter Beweis stellen. Wie war denn der Name? Kendra Forlani. Kendra Forlani. Ja, dann schreibe ich euch auch für das Kartoffelschälen auf, ja. Mhm. Wo kann man ... Wo geht's los? Also, wohin am besten? Meldet euch morgen, bevor der Hahn kräht, am besten bei, äh, bei der Torwache. Die wird er euch dann weiterschicken. Okay. Das gleiche gilt für euch, Amadillo, äh, Träubblatt. Guter Mann, sagt doch, was ihr noch, wo ihr noch Leute braucht, weil bevor ihr jetzt von lauter Menschen belästigt werden, die sich anbieten, aber die dann nicht zu den Aufgaben passen, die noch verteilt werden müssen, sagt uns doch einfach, für welche Aufgaben ihr Leute sucht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch jemand, der Dekoration anbringt. Oh, da kenne ich jemand. Und dann würde ich nach, äh, Hildegunde greifen und sie nach vorne ziehen. Ja. Er würde durchaus ein Auge für, ähm, ästhetische Details. Ja, ich sehe schon, ein Auge habt ihr garantiert dafür. Das ist richtig. Aber auch nur eins. Na gut. Ähm, Name? Äh, Ihr wisst euren Namen nicht, das ist ja doch schlimmer. Bertha Quellner. Bertha Quellner. Quellen was? Quellner. Quellner. Ja. Ja, warum nicht? Quellner. Aufgeschrieben. Gut, dann meldet ihr euch beim Tormann und, äh, mit welcher Art Dekoration kennt ihr euch aus? Wir brauchen, äh, jemand, der hoch auch, äh, also der sich auch mit Tisch und dem Decken von Tischen auskennt auch. Sie macht ganz tolle Blumengestecke. Ja, ich denke, es ist vorgegeben, welche Art Blumengestecke es nehmen wird. Das heißt, ihr müsst das auf den kleinsten, aufs kleinste Detail nachmachen können. Details sind meine Spezialität. Und das geht auch mit dem Auge. Oh, ich kann nicht vorrangig daraus sehen, auch wenn man es mir nicht glaubt. Ich glaube, die gute Bertha wäre auch mit, ohne Augen, noch besser imstande, hübsche Blüten zu einem Kranz zu flechten, und zwar genau nach der Vorgabe, als ihr es wärt. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe, Blümelchen zu trennen. Seht ihr? Ja. Na gut, na. Ja, äh, gut, dann haben wir das auch hier, dann melden sich noch irgendwie ein paar andere noch für, für, ähm, für Aufgaben. Äh, ja. Wir brauchen noch jemanden, der den Unrat entfernt. Aus dem Abort. Ah, da, da kenne ich jemanden. Alle treten so einen Schritt, so einen Schritt zurück. Und Bruch, und Bruch zieht, zieht, zieht Umdor dahin mit einem riesenbreiten Grinsen und stellt ihn dann so vor den Herr Reus. Ja, kann ich gut. Äh, muss der dich so, guckt so von oben nach unten. Ja. Name? Brick Eirixen. Brick Eirixen. Aha. Ja, viel Spaß. Hoffen wir, dass die Küche nicht zu scharf kocht, was? Ach, jeder hat doch mit einem schönen Aromaspaß bei der Arbeit. Du kriegst, erntest einen leicht angeekelten Blick von ihm, aber ja. Was auch immer dein Job ist, mach's mit Leidenschaft. Ja. Jetzt werden noch einige andere auf die Liste aufgenommen, aber so habt ihr zumindest jetzt einen Fuß in der Tür. während der Herold sich vor Angeboten nicht retten kann und dann irgendwann, dass er die ersten auch wieder ablehnen muss, weil kein Platz mehr ist, ähm, dann doch schneller verzieht, als ihm, äh, lieb ist. Und einige Menschen bleiben empört in der Taverne zurück, andere sind total fröhlich und freuen sich. Die, die empört gucken, den biete ich an, meinen Job zu übernehmen. Äh, nein, danke. Du bist auch, äh, außer noch zwei ziemlich abgeranzten, äh, Männern, der Einzige, der das machen wollte. Ich guck mir die beiden an, äh, ich bin ja scheinbar auch der Einzige Alkoholiker, äh, nicht Alkoholiker, der das macht. Richtig, ja. Ja, ihr habt noch irgendwie Zeit, euch dann, äh, zu besprechen, äh, am Tisch. Ja. Oder ihr könnt denn noch noch irgendwas fragen, falls ihr das wollt? Guter Mann, äh, wo genau werde ich denn meine Arbeit vollrichten? Ja, ihr werdet die Weinfässer von draußen natürlich, äh, in den Weinkeller tragen müssen. Das heißt, ein Stockwerk nach unten. Aber auch dann aus dem Keller wieder, wenn das gebraucht wird, in entweder die Küche oder den Ballsaal. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich auch neu ankleiden müssen, in dem Fall. Das Gleiche gilt übrigens, äh, für, äh, Bertha. War's doch nicht wahr? Ja. Brauch ich auch mein einziges eigenes Werkzeug mitbringen? Braucht man dafür Werkzeug? Naja, habt ihr schon mal versucht, einfach nur mit bloßen Händen Scheiße zu schaufeln? Nein, ich hab noch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Meistens braucht man dafür, wie bei Erde, auch eine Schippe. Ja, dann bringt die mit. Ich frage mal meine beiden Kumpanen, habt ihr eine Extraschippe? Äh, die gucken so, äh, nein. Dann darf einer von euch beiden doch die Hände benutzen. Erntest wieder von, äh, sehr herablassenden Blicke von allen wirklichen Leuten jetzt. Ach, dass manche ehrliche Arbeit einfach nicht mehr zu schätzen wissen. Ja, weil ihr nichts mehr zu besprechen habt, wird der Abend relativ, äh, erregnislos sonst vonstatten gehen. Und ihr werdet eine unruhige Nacht haben, wie immer. Und in letzter Zeit. Und bevor der Hahn kräht, irgendwie am Tor anzukommen, fällt euch wahrscheinlich nicht schwer. Vor, wie losgehen würde wahrscheinlich, Bruch noch mal zur Hildegunde, äh, herantreten. Das heißt, wir könnten uns absprechen, wenn ich kurz in die Küche kommen muss, um das Weinfass nach oben zu bringen. Dann hätten wir wenigstens da die Möglichkeit, Zeit rauszuschlagen. Ja. Du bist definitiv der Laufbrücher. Besser als die Küchenmarkt. Ich bin mir sicher, es bleibt nicht nur beim Kartoffeln schälen. Normalerweise fallen ihnen immer dann noch hundert Dinge ein und geh doch du da das holen und lauf mal dorthin und und das Gute ist, zu Umdor werden wir auch alle gehen können. Das ist richtig. Bruch grinst Umdor sehr, sehr breit an. Scheiße gelaufen, was? Noch nicht. Bleibt vorsichtig. Bleibt unauffällig. Am Ende bietet sich vor Umdor die beste Gelegenheit, diesen Flug von uns zu nehmen. Ja, ich muss aber erst noch einkaufen gehen. Am Abend noch? Ja, ich brauche eine Schippe. Ja. Soll dir relativ einfach gelingen, irgendwo eine Schippe zu besorgen, ja. Ich möchte zusätzlich noch eine große Flasche Viehrruhenströpfchen kaufen. Das ist ein Kartoffel-Schellen braucht man ein Messer. Ja, also wenn ihr ankommt, äh, am, am Tor steht da tatsächlich ein ganzer Tross von Wachen, ähm, unter anderem auch der Hauptmann der Wache selbst und kontrolliert die Liste und wer eingelassen wird. Da ihr auf der Liste draufsteht mit euren, äh, Namen, die ihr euch gegeben habt, ist das relativ einfach, auch an, äh, äh, an ihm vorbeizukommen. Er mustert jeden Einzelnen, möchte auch genau das Bündel mit der Schippe sehen und bewutachten und jeder einzelne Rucksack und jede Tasche wird kontrolliert. Was nehmt ihr denn alles mit? Also was wird gefunden? Also wie, wie genau, also Bündel, ich würde das im Prinzip so machen, ich würde meinen beiden Kumpanen die Schippen abnehmen und ihnen anbieten, sie zu tragen und würde dann die drei Schippen zusammen mit meinem Bogen, ähm, so in Leder einpacken. Mhm. Ähm, und zwar richtig ordentlich dick und so die, 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 die gebogenen Schippenteile, ne, die, wahrscheinlich sind das ja Holzschippen und, also Metall ist, ist wahrscheinlich zu teuer, die beiden anderen sehen ja auch recht abgeranzt aus. Ja. Ähm, und das werden ja wahrscheinlich auch Schippen sein, die so krumm und schief sind mit so einem, mit so einem Stock, ne, also ich habe jetzt keinen klaren Gesächtenstock ausgesucht, sondern wirklich so krumm, sodass der Bogen halt auch richtig auffällt. Ähm, äh, hätte ich dann alles so zusammengebunden und, äh, die würden dann natürlich so rausgucken, dass man halt auch sieht, das ist ein Bündel mit Schippen. Und, äh, ansonsten hätte ich halt einen Rucksack dabei mit Handschuhen und, äh, dem Schnappes und, äh, also Pfeile habe ich natürlich auch dann in den Bündeln ein bisschen versteckt. Genau. Ja. Wie viele Pfeile? Ja, drei, damit es nicht ganz so dick ist. Okay. Aber wahrscheinlich, wenn ich daneben schieße, das ist mir nicht, wenn ich nur einen habe. Ja. Ich würde tatsächlich, ich, ich hätte die, die Armbrust und, also ich hätte das meiste von meinen Sachen irgendwie beim Wirt deponiert. Mhm. Gegen Münze natürlich und würde nur ein kleines Bündel mit, was weiß ich, nochmal eine, irgendwie Wechselkleidung oder so, also, ja, Wechsel, ne, 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 Wirtze oder sowas, ähm, nehmen und das, ähm, unter lautem Gepolter, weil eben ein Stuhl umgefallen ist, ähm, so klein, äh, zu entzweibrechen, dass daraus ein kleiner Dolch wird. Also ein kaputtes Schwert quasi. Ein kaputtes, zerbrochenes Schwert mit einer scharfen Klinge und würde sich das in den Gürtel stecken, so, dass man das auf jeden Fall nicht mehr sieht. Es fehlt mir gerade irgendwie ein bisschen die Fantasie, wie du ein zerbrochenes Schwert im Gürtel versteckst. Nun ja, so klein gebrochen, dass es, äh, nur noch Dolchgröße hat. Naja, das Schwert hat ja einen Griff, ne, also, der ist ja schon mal so lang und das... Hemmt, Hemmt drüber. Hemmt drüber. Hier die Gunde guckt sich das an. Komm, Junge. Du kriegst einen von mir, wenn es soweit ist. Weil, äh, Hildi Gunde ist ja quasi von ihrer ganzen Gewanderung so ausgestattet, dass sie alles, was sie zum Töten braucht, ihrem Mann hat, wenn sie gerade keinen Zauber zur Hand hat. Bedeutet, sie hat, äh, ihre kleinen Stiletto-Dolche, die Teil ihres Mieders sind, die also Teil ihrer Unterwäsche sind, die sie nur durch so seitliche Taschen, die halt durch die Falten des Kleides nicht zu erkennen sind, erreichen kann. ihr Zauberstab, sieht aus wie eine stinknormale Haarnadel aus Holz. Super unauffällig in ihrer Frisur. Also, er ist wirklich im Blickfeld versteckt. Ähm, dementsprechend, äh, würde sie halt so quasi hingehen. Sie hat ihre, ihr normales graues Gewand dann und sie hat ein Bündel dabei mit einem schickeren Gewand. Sie hat ja als Adelige in der Garderobe hat jetzt nicht das Prunkgewand mitgenommen, was sie besitzt, sondern einfach nur was Schickeres, in Anführungszeichen, was sie den Herren dann natürlich auch hingibt. Ähm, vielleicht einfach, um, um noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit quasi auf das Gewand zu lenken, ist da auch noch tatsächlich Unterwäsche mit drin. Äh, also, weil halt das mit passend Untergewand dazu und ansonsten, ja, das, was bei ihr halt auffällt und damit auch wieder von ihrem Hinterkopf ablenkt, wo das Stäbchen steckt, ist das Auge. Ähm, ja, aber das ist ungefährlich. Das ist halt einfach eine Augenentzündung, eine ziemlich heftige sogar, aber was soll man machen? Ja. Also ihr merkt, dass die Leute, die vor euch dran sind, sehr, sehr, sehr gründlich durchsucht werden. Ähm, wenn du, äh, Bruch das mit dem, mit dem zerbrochenen Schwert ausredest, äh, wird er das nicht dabei haben, ansonsten wird man das auf jeden Fall sehen. Äh, auskriegen. Lass dem so auf keinen Fall gehen, nein. Aber nur unter lauter, sehr lauten Protest. Das, was er von mir bekommt, ist, äh, so ein Metallreif für den Arm, den man, äh, der quasi ganz stupider aussieht, einfach so ein ganz billiger Schmuckreif quasi, den man aber quasi auseinanderziehen kann für einen Bürgedraht. Na? Aber mehr nicht. Passt halt so als Schmuck fürs Fest. Na? Ja, und bevor Umdor dann dran ist, sieht er halt, wie die Taschen alle bis aufs kleinste Detail aus, äh, ausgepackt werden müssen und so. und, äh, Leute teilweise ihre Mädschläucher irgendwie auskippen müssen und so. Oder zumindest da steht jemand, der, der kostet von dem Zeug, was mit reingebracht wird. Hältst du an dem Plan mit den eingeschlagenen Bogen fest? Ernehmt die da wirklich jede Tasche auseinander und alles. Anscheinend schon, ja. Die sind sehr gründlich. Nun, dann würde Bruch Umdor mal kurz zuflüstern, die wollen bestimmt nicht die Werkzeuge auspacken. Zwinker, Zwinker. Gibt's hier irgendwo einen Haufen Pferdedung oder so? Also, wenn du dich aus der Schlange entfernst und ein bisschen suchst, findest du garantiert irgendwo so ein Fuhrwerk oder so an der Straße, wenn du ein bisschen zurückläufst, wo noch irgendwie Pferdedung oder Pferdeäpfel auf der Straße liegen, ja. Ja, nice. Dann reibe ich das ganze Bündel einmal ordentlich mit Scheiße ein. Dass das richtig stinkt. Richtig stinkt. Und am besten lasse ich da auch noch Brocken dran und so. Und dann gehe ich wieder zurück zu meinen beiden Scheiße-Kumpagnen. Ja, okay. Für die Damen, die sich ja noch irgendwie zwischendurch umkleiden lassen müssen, die werden auch in Empfang genommen. Man tastet euch zwar ab, aber irgendwie, wenn das Teil der Unterwäsche ist beziehungsweise an die Liedriche dort versteckt sind, wo man irgendwie nicht so gerne hinfasst als jemand, der kontrolliert. Man wird zwar abgetastet, aber es ist da nicht so intensiv. Aber, ja, ihr wisst, dass ihr zwischendurch halt euch umkleiden müsst. Das heißt, ihr müsst zwischendurch wahrscheinlich eine Möglichkeit finden, das dann da zu verstecken, dass es da keiner sieht. Ich habe gerade noch eine Idee. Übrigens werde ich meinen Bündel einem der beiden Kumpagnen geben. Ah, noch besser. Ja. Vielleicht ziehst du mal eine Karte für das, für die, für die, für den Absatz mit dem, mit dem Bündel. Ich glaube, das passt, glaube ich, gerade ganz gut. Und dann kannst du selber beschreiben, was mit dem Bündel passiert. Oder das ist schon wieder so lange her. Das musst du mir nochmal ganz kurz erklären, wie ich das mache. Rechte Maustaste auf die Karte und dann zufällige Karte. Ganz unten die Option wählen. Ist der Ingerin. Kreativität, ne? Mhm. Kreativität, Zuversicht ist drin. Geschick, ich, Mut, ich würde sagen, also ich interpretiere das so, dass, dass ich zwar einiges, also dass die sich wahrscheinlich an dem Bündel erst, also, dass, dass die dann so, ne, soll das denn, aber dann trotzdem walten ihres Amtes walten wollen und ich sage, wollt ihr das wirklich machen? Das sind echt scheiße Schaufeln. Die sind ordentlich benutzt. Ernsthaft, was sollen wir schon machen? Wir sind unten im Keller und bringen den Dung weg. Äh, äh, das stinkt wirklich bestialisch. Macht er die nicht nach der Arbeit immer sauber? Ja, natürlich, aber wenn die 50 mal benutzt wurden, nutzt das nix mehr. hier sind echt noch Bröckchen dran. Oh, verdammt. Ja, ich hole die Flasche noch mal raus mit dem Pironz und nehme ein Stück hier so. Sorry, haben wir wohl vergessen. Der kleine, dicke Mann, der hinter ihm steht, das muss ich übrigens noch testen. Den Schnaps? Mhm. Ich habe gerade selber einen Schluck davon genommen. Mhm. Wenn er vergiftet wäre, hätte ich wohl keinen Schluck davon genommen, oder? Wer weiß? Ja, meinetwegen. Aber das Zeug ist teuer. Wehe, du trinkst zu viel. Er trinkt davon ein bisschen. Man sieht dem an, er hat halt irgendwie so ein, also, Hildigunde wird das auf jeden Fall sehen, er hat halt das, die Gewandung an, äh, die, Kendra wird das vielleicht wahrscheinlich auch wissen, die, äh, ein Alchemist halt trägt, also eine offizielle Alchemistengewandlung und halt überall in, an, an dieser, an dieser Schürze, die er um hat, überall so kleine Fläschchen. Der fachkundige Blick, äh, der Magierin wird ihm einige magische Elixiere auf jeden Fall offenbaren. Das meiste davon sind Antidots. Okay, wir haben unser erstes Opfer, der muss weg. Ja, in meinem Schnaps wird der ja nichts finden. Ist ja wirklich einfach nur tobrischer Schnaps. Feld, Wald und Wiesenschnaps. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sagt er dann auch so, ja, und, äh, ja, die, der Scheißeplan, äh, geht voll auf und, äh, der Bogen und die drei Pfeile werden reingeschmuggelt und halt die kleinen, Dörche von Hildigunde und die Dietriche von Kendra. Ja, dann seid ihr innerhalb des, ähm, der, der Hofabsperrung und, äh, ich hatte euch ja eben schon mal den Lageplan des, äh, Schlosses geschickt. Das heißt, da könnt ihr mal durchgucken. Ähm, man sagt euch mal, könnt euch relativ frei bewegen. Eigentlich könnt ihr euch, nur, eigentlich, ihr könnt euch frei bewegen, bis auf, dass ihr, äh, an bestimmten, in bestimmte Räumlichkeiten habt ihr halt nichts zu suchen. Also in den Gemächern der Adligen. Natürlich, vor allen Dingen nicht im, äh, in dem Gemach der Baronin von Ilbenstein, denn dieses Gemach hat sie dem Kaiser zur Verfügung gestellt. und das ist, wenn ihr das Bild mal anschaut, ich könnte es eigentlich mal für die Leute auch noch mal einblenden. Moment, ob ich das irgendwie hinkriege, so spontan. Äh, da ist es. So, da seht ihr auf jeden Fall im Erdgeschoss einen, diesen großen, äh, Besprechungssaal. und da neben links ist, äh, das Zimmer der Gräfin. Bei Baronin zu Ilbenstein, genau, ja. Das ist jetzt, wenn ich selber gerade ist dies, Bau. Ich bin echt, ich und Titel ganz schwimmen. Wo ist sie denn? Norburg ist Graf. Gräfin ist sie. Gräfin Theresia von Ilbenstein, klar, ja. Jo. Dann werden zumindest die Damen wissen, dass es, ähm, ein Ankleidezimmer gibt, was eigentlich dem Kaiser vorbehalten ist, aber, ähm, während der frühen Morgenstunden werden hier auch die neuen Bediensteten eingekleidet. Der Kaiser ist gerade nicht anwesend, das heißt, ihr stört da auch niemanden, aber man, ähm, wird euch auf, ähm, ja, wird euch schnell, äh, da durchschleusen wollen. Das heißt auch, da eure, wenn ihr jetzt irgendwie einen guten Plan habt, wie ihr die, äh, die, die versteckten Sachen noch ein bisschen mehr verstecken wollt, könnt ihr in Betracht ziehen, dass man es sehr schnell gehen muss bei euch. Das ist das Zimmer unten, unter, äh, also quasi neben dem Gräfinenzimmer rechts, also links ist ein Badezimmer und rechts ist dieses Ankleidezimmer. Naja, unsere Unterwäsche müssen wir dafür eigentlich nicht mit ablegen. Und meine Dietrichen werden, nee, aber sie wird zumindest sichtbar, ne? Meine Dietrichen sind zwischen Unterwäsche und dem Rest. Also, wenn die Unterwäsche aus Neulchen besteht, wird das aber definitiv auffallen. Ähm, die sind halt Teil des Mieders. Mieders ist ja so ein Korsett. Naja, ich weiß schon, was ein Mieder ist. Das ist, äh, das ist das Schöne daran ist, äh, dass man früher ja viele Schichten übereinander getragen hat. Bedeutet, man hatte erst die Chemie, dann das Mieder. Darüber, das ist quasi so ein leichtes Untergewand, darüber dann das Alltagsgewand und so weiter und so fort. Bedeutet, auch beim Umziehen hat man sich nie komplett ausgezogen, weil es einfach zu teuer war, zu viele Kleidungsstücke zu haben. Und genauso würde ich halt auch mit den Schichten einfach arbeiten, dass ich halt mindestens eine definitiv über dem Mieder drüber behalte, wenn ich mich umziehen muss. Und dann einfach in das schönere Gewand quasi oben drüber. Und da eh alles schnell gehen muss, ähm, sollte das auch nicht weiter auffallen. Okay. Dann wird auf jeden Fall Kendra die Küche kennenlernen. Dass die Küche ist, ähm, wenn ihr mal schaut, im Erdgeschoss ist ja die Eingangshalle oben. Und direkt gegenüber ist die Küche. dieser große Raum dort. Dann gibt es daneben halt noch die Treppe, die nach unten führt. Und da wird auch, äh, Bruch dann ins Spiel kommen, weil da wird es zur, ähm, zur Vorratskammer gehen und zu den Vorratskellern. Das ist diese kleine, ähm, ja, die Vorrats-, also Vorratskammer selber ist dieser kleine Raum neben der Küche. Da wirst du auf jeden Fall auch durchkommen, als, als jemand die Fässer schleppt. und, äh, da gibt's in dem Raum selbst gibt's halt eine Treppe, die nach unten in die Keller, weil wir zum Vorratskeller führt. Dann gibt es einen kleinen Speiseraum neben der Küche, also neben dem Vorratsraum zur Küche, rechts daneben. Da werdet ihr zwischendurch halt auch Essen kriegen, weil auch das, die Bediensteten, da wird halt auch so ein Buffet aufgebaut werden und da könnt ihr euch zwischendrin was holen. Irgendwie ist es sehr magere Kost, aber man weiß schon, dass das Gesinde auch zu essen hat. Genau, das sind die Haupt, äh, Sachen, die, wo ihr mit in Kontakt kommt. Ach ja, das, äh, der Abort, den müsste ich noch suchen, ne? Moment. Ist, äh, der Abort, gibt's den überhaupt? Haben sie wieder irgendwie ein Ding ohne? Eventuell muss niemand auf den Donner arbeiten. Genau, ja. Das scheint wirklich so, als ob die Kartenmacher das vergessen haben. Den anderen in Magiatürmen zum Beispiel fehlt das auch immer. Mhm. Also Magier niemals aufs Tum ist. Gästezimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, Zofenzimmer, Dienstzimmer, Korridor. Was ist denn dieser Raum ganz rechts, wo nochmal so eine Treppe hochgeht? Also da ist so ein ganz kleiner Miniraum an der Treppe, aber das wird's wahrscheinlich auch, das wird's auch ganz rechts, unter der Treppe quasi, oder was? Mhm. Ganz, ganz, ganz rechts, da ist dieser Ultra-Mini-Fitzel-Raum. Ja, der ist gar nicht beschriftet, wahrscheinlich ist das der Abort, ja. Ja. Wahrscheinlich plumpst das dann irgendwie so in den Keller. Mhm. Ja. Und da sollte es möglichst schnell weggeschaufelt werden. Das Zimmer da drunter ist übrigens, äh, ein Kinderzimmer. Das sind die Kinder vom Koch. Nein, die Kinderzimmer haben. Das ist eigentlich echt ein beschisteses Kinderzimmer. Ja. Ja. Aber das heißt so viel wie ich bin auf der anderen Seite des Hauses, ja? Genau, du bist auf der anderen Seite, ähm, womit Kendra auf jeden Fall auch noch konfrontiert wird, ist im oberen Geschoss, die ein und die, also ihr habt ja keine Nummern, äh, da ist auch, wenn du den Kamin siehst, oben im oberen Geschoss, da ist auf jeden Fall auch noch eine Extraküche, da wirst du zwischendurch auch mal hinkommen. Das ist nämlich eine Festivitätenküche. Und also der Raum unten links in der oberen Reihe, also Erdgeschoss, in der oberen Reihe der Räume mit dem Himmelbettchen, da wo gegenüber der Eisbär auf dem Boden liegt. Das ist also der Raum, wo der Kaiser untergebracht ist. Genau, das ist das Gräfinnenschlafzimmer, das jetzt den Kaiser zur Verfügung gestellt ist, ja. Und wo ist Hildigunde unterwegs? In dem Saal dann direkt anstatt? Genau, Hildigunde hat am meisten im Saal zu tun, aber auch in dem Zimmer neben der Küche, rechts neben der Küche. Das ist eine Art Putzzimmer und ja, da sind halt Putzuntersilien auf, in dem Regal drin, aber da sind eben auch so Sachen, wo so Flicken und sowas sind. Hier arbeiten normalerweise welche Märkte und Zofen und Flicken Kleidung und hier wird das jetzt gerade zweckentfremdet dafür, dass man hier die Tischdecken nicht, nicht gerade flickt, aber die Stickereien auf den, auf den Tischdecken nochmal überprüft und halt auch die Tischdekoration faltet. Jawohl. Mein Stopp, das war, das ist die, nee, das ist die Wäschekammer 19, genau, und zwar daneben das Zimmer, Entschuldigung, also die beiden Zimmer daneben, also das, was ich gerade gesagt habe und das Zimmer rechts daneben, das sind die beiden, das eine ist halt der Außen, der Materialraum quasi und der andere ist das, wo man, wo man dann arbeiten kann. Das wirst du beides haben als das Zimmer. Und was ihr auf jeden Fall auch mitbekommt ist, äh, im oberen Geschoss auf der ganz linken Seite, da sind, äh, einerseits, ähm, das obere Zimmer davon, das große, auf der linken Seite, da ist jetzt, das ist eigentlich ein Gästezimmer, da ist aber jetzt die Gräfin, und, äh, schräg, unten, schräg darunter, ist das Zimmer für die, ähm, Bediensteten, also die leiblichen Bediensteten der Gräfin. Das sind die, die euch teilweise halt auch, äh, Anweisungen geben, und deswegen würdet ihr vielleicht eines oder anderem Mal da auch, äh, hingerufen werden. Dann ist, gibt es noch ein Zimmer, was Hildigunde sich vielleicht angucken wollen würde, weil sie auf dem Weg, äh, den guten, äh, Hofmagier sieht, den Cerenorfeia um, der ist nämlich auch oben auf der linken Seite sein, äh, sein Quartier, und zwar genau in dem Zimmer, das, ähm, also ihr seht die Treppe, die nach unten führt, im oberen Geschoss, und daneben ist, sind zwei Räume, die mit so einer, äh, geschwungenen Wand sind, und daneben ist ein, so ein Zimmer mit so einem kleinen Himmelbettchen, und da wohnt der. Okay. Genau. Dann wird, äh, Hildigunde auf jeden Fall noch einen weiteren Raum, nämlich oben gibt es noch, äh, den Raum, der neben der, dem Aufgang ist, in dem, also da gibt's ja diesen Aufgang mit der Treppe, und daneben ist halt so ein großer Raum, zwei große Räume, ein ganz langgezogener und ein, ein kleinerer. Der kleine ist, äh, für so kleine Gesprächsrunden während der Feier, da wird's ja auf jeden Fall auch Deko rein, reinbringen müssen, und der große von denen ist der große Ballsaal. Hier werden, wird ein Großteil des, ähm, der, des Festes auch stattfinden, hier sollen Schauspiele und Gaukuleien stattfinden, weil es hier eine Bühne gibt. Okay. Also muss sich der Kaiser, um vom Ballsaal durch sein, zu seinem Gemach zu kommen, so einmal durchs halbe Schloss bewegen. Das ist richtig, ja. Gar nicht mal so unpraktisch für uns. Mhm. Ja, und während, äh, ihr da noch so durchlauft, könnt ihr, könnt ihr gerade nochmal, wenn ihr irgendwie noch ein Zimmer im Auge habt, wo, was ihr noch irgendwie wissen wollt, dann kann ich euch das gerade nochmal sagen, damit ihr euch ganz gut auskennt und nicht nachher in irgendein Zimmer rein stolpern müsst, was, äh, was ihr nicht wisst, was es ist. Das mit den grauen Fliesen, wo die U-förmige Tafel steht, ist das der Bankettsaal oder ist das auf der anderen Seite der Bankettsaal? Das mit dem U-form, die U-form. Im Erdgeschoss direkt neben den, dem, dem Eingangsbereich, wo die roten Treppen rechts und links hochgehen. Das ist ein großer Speisesaal, ja. Dieses wird, da werden auch Teile des Festes, äh, stattfinden, ja. Hier ist es so, vor allen Dingen so, äh, ganz viele Jagdtrophäen an der Wand und so. Und, ja. Hier werden wahrscheinlich, äh, eher so die, äh, die hohen Herrschaften an der, an der Tafel sitzen, während sie essen und dann das niedere Volk wird dann wahrscheinlich in einem einen, wahrscheinlich oben oder halt in dem anderen Saal, der auf der linken Seite ist, essen. Und das neben dem Saal auf der linken Seite? Neben dem Saal, zwischen Saal und, äh, Räumchen da. Ja, Hals gemacht, dann der Saal mit dieser langen Tafel und der Raum da daneben. Der Raum daneben, ja. Das ist, ähm, ein Salon, der auch, ähm, ja, begehbar ist für, für den, für das Fest. Ähm, ein bisschen, ja, das zeigt, das ist halt, ja, so für zurückgezogene Gespräche oder so, was konnte da genutzt werden. Das ist irgendwie, ähm, eher so eine Lounge-Ecke. Große Gemälde hängen hier, die, ähm, vor allen Dingen auch, äh, so die Stadt Garret abgebildet haben. Nachdem das Erdgeschoss ist, wie hoch sind die Fenster über dem Boden? Äh, das geht eine ganze Ecke über den Boden, ja. Also es, es geht so, bergauf bis zu, bis zur, äh, ähm, bis zur Fassade. Ja, okay. Sehe ich es richtig, dass man, um in das Ankleidezimmer zu kommen, durch das Schlafzimmer der Gräfin, Schrägstrich, des Kaisers im Moment gehen muss? Genau, ja. Das sind die Zimmer, das ist ja auch, da ist ja auch so eine Art Schornstein oder so, das Ding mit den zwei Löchern in der Mitte. Das ist ein ganz einfaches, ähm, ja, wirklich so ein, da gibt es eine Feuerstelle. Ja, und du hast eine Durchgangstür von dem Zimmer mit dem Himmelbett dorthin, wo der Pelz liegt und nochmal durch das andere kleine Zimmer ist es nochmal Durchgangstüren. Also du kannst hier im Kreis gehen. Genau, ja. Mhm. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall einen Blick in das, in das Kaiserliche gemacht, äh, wenn ihr, wenn ihr ganz einen kurzen Blick werdet ihr kriegen, ja. Aber, vielleicht verschaue ich mich auch gerade, ist da nicht sogar eine Tür zum Gang? Ist da auch, Im Ankleidezimmer? Ja. Aber dadurch, dass da so viele gerade reinströmen, werden beide Türen offen sein. Also dieses Ankleidezimmer erreicht man tatsächlich entweder durch das Zimmer von, also durch das Zimmer, was von Haal genutzt wird, oder durch das kleine Zimmer nebendran. Mhm. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Und sonst gibt's nämlich eigentlich keine Durchgangstüren, ne? Die meisten anderen Zimmer haben nur Türen, aber gut, bei manchen Zimmern haben sie die Türen auch mal komplett vergessen auf dem Plan, auch gut. Bei welchen? Ähm, Erdgeschoss, äh, obere Reihe, wenn du rechts guckst, obere Reihe. Ja, ja, stimmt, ja. Da gibt's aber eine Tür, die, äh, Ja, da gibt's zwei Räume, die, ja, die haben zu jeweils einem anderen Raum eine Tür. Ja. Die haben halt keine Tür zum Gang. Gut. Ja, also wenn ihr, den, das, äh, den kleinen, äh, Blick in das, äh, Schlafgemacht des Kaisers, äh, werfen könnt, hier werden natürlich, äh, Wachen sein, die das alles überwachen. Und, äh, da, allein daraus schon zu sehen ist, dass es unglaublich viele Wachen gibt hier. also die Löwengarde ist wirklich in voller Regimentsstärke hier anwesend. Und, äh, auch vor den Fenstern, also gerade im Erdgeschoss, äh, äh, patrouillieren die in ganz kurzen Abständen nur. Die wissen genau, was sie tun, anscheinend. Und, ähm, während, ähm, eurer Einweisung und auch während den ersten Arbeitsstunden werdet ihr auf jeden Fall auch irgendwie Teilweise auch den ganzen Tross des Kaisers halt auch zu Gesicht bekommen, der mit der Gräfin über den, über den Gang stolziert, sich ein paar Sachen zeigen lässt. Und der ist halt umgeben von Leuten. Da ist ein halbes Dutzend Männer in, äh, in Rüstung halt immer in seiner Nähe. Und dieser dickliche Mann, der Hofmargo ist manchmal bei dem zu sehen. Und, sonst halt noch ein paar Gräfe meistens, mit denen er sich unterhält. Und, dieser Drang stärker, wenn wir ihn sehen? Also ich meine, wenn wir ihn direkt zu Gesicht bekommen, müsste das nicht ... Definitiv, ja. Ihr müsst euch dann schon sehr stark zurückhalten, um dann nicht sofort an den Hals zu gehen, was in diesem Augenblick wirklich ein Pro-Himmelsfahrts-Kommando wäre, weil die würden euch einfach, die Wachen würden euch einfach niedermähen. Da sind nicht einfache normale Soldaten, das ist die Löwengarde, das, das Elite-Regiment. Und, ähm, ja, genau. Dann verrichtet ihr euer Tagwerk und euer Helferwerk. Bruch muss ganz viele Fässer schleppen, was für seinen, äh, für seinen Bizeps ganz gut ist. Mal wieder trainieren. Und, äh, Scheiße gibt es nicht so viel, so viel zu schippen, wie du gedacht hattest, Umdor. Ist doch gut. Ähm, ich mach nämlich vor allem, als ich das Ding alles auspacke, als allererstes, ähm, ich, äh, schick die beiden dann die Arbeit und, äh, wasch mit dem Alkohol meine Hände und den Bogen. Ja. Machst du das so, dass die beiden anderen sehen, dass du einen Bogen dabei hast? Nee, ich geh damit um die Ecke. Ich sag, ich muss jetzt mal eben selber kurz. Ihr wisst Bescheid. Ich bringe euch den Schnapps gleich wieder. Ja. Okay. Und was machst du da mit dem Bogen? Ähm, ja, den kann ich, also wo bin ich denn da jetzt eigentlich genau? Wahrscheinlich irgendwie so außerhalb unten, da ist wahrscheinlich am, am, an, an der Außenwand der Burg oder so, so ein Keller gegraben. Ja. Oder wie ist das? Genau, ja. Und dann geh ich mal davon aus, dass da irgendwo dann so ein Karren oder so steht, wahrscheinlich noch ohne, ohne Zugtier, wo man dann den, so eine Schubkarre, genau, ja. Ah ja, wo man den Dung dann einfach draufschiebt. Ja. Und eure Aufgabe ist halt auch den Karren dann irgendwie außerhalb der Mauern, außerhalb der Mauern, der Mauern zu bringen, ja. Das heißt aber, ich darf mich auf dem Außengelände, wenn ich diesen Karren fahre, bewegen. Genau, auf dem Außengelände könnt ihr euch alle bewegen. Das ist kein Problem. Ja, sind die Wachen, also ich bin dann ja quasi nicht im Gebäude, sehe ich das richtig? Es sei denn, ich kletter durch den Abort. Genau, du bist außerhalb und kannst halt auch von außerhalb sehen, dass da halt ein engmaschiges Patrouillenprogramm um die, um die ganz, um das ganze Anwesen halt ist. An sämtlichen Eingängen, die es gibt, stehen auf jeden Fall immer Wachen und halt sonst marschieren die quasi so einmal im Kreis immer hin und her. Ja, dann versuche ich den Bogen irgendwo am Türrahmen oder so, so zu verstecken, dass den jetzt nicht unbedingt jeder sieht. Ja, du wirst auf jeden Fall irgendwo einen Haihaufen oder sowas finden, wo man den irgendwie unterschieben kann, ja. Prima. Genau. Ja, dann werde ich danach systematisch mich damit beschäftigen, meine beiden Kompanieros abzufüllen. Mhm, das sollte ohne Probleme gelingen, wenn die Schnaps kriegen, sind die fröhlich. Das habe ich mir gedacht. Deswegen ist das vielleicht auch ganz gut, wenn es nicht so viel kaiserliche Kacke zu schürfen gibt. Ja. Jo, Bruch würde, wenn er mal einen Fass endlich mal mit in den Saal bringen muss, mal ganz aus Versehen sich auf die Nase legen und zwar gerade genau so, dass er vor die Füße von Hildegunde fällt und dann im Aufstehen so die Hand aufhalten für einen der Dolche. Das ist das so im Saal. Ja. Wo alle zugucken, sobald du dich auf die Nase legst. Du wirst ein nicht hier zugeraumt bekommen, wenn sie dir einen wirklich verachtungsvollen Blick von oben hochzuwerft, so nach dem Motto was für ein Tollpatsch. Ehrlich. Ja. Während ihr das so macht, er betritt eine Frau den Raum mit in weißer Robe und ich muss gerade mal gucken. Ich hasse PDFs, die keinen Shortkeys haben. Was ist die denn? Ja. Ja, ein langer weißer eine blonde Frau mit langer weißer Robe, die ein bisschen ja verlegen schaut auf euch, als Bruch da irgendwie vor dir zu Fall kommt, ein bisschen lächelt, dann irgendwie so gütlich guckt, als Hildigundi so ein bisschen anraunst irgendwie und stellt sich dann irgendwie in Sichtweite von euch und beobachtet einfach nur, wie die Leute irgendwie arbeiten. Stemmt so die Arme in die Hüfte oder verschränkt sie vor der Brust und schaut sich das ganz genau an. Man sieht jetzt, wenn man sie länger beobachten kann, weil sie da steht, ganz zarte Stickereien in der weißen Robe, Sonnensymbole sind zu sehen. Sie ist äußerst gut aussehend, würdet ihr sagen. Also würde Bruch auf jeden Fall sagen, Mildigundi hat ein bisschen Problem mit dem Gucken. Wissen wir ja alle. und dann könnt ihr, während ihr dann arbeitet unter ihrer Aufsicht, Bruch immer hin und her läuft, eine merkwürdige Szene entdecken, nämlich irgendwann wird der Hof Magus ja in den Raum betreten, irgendeine Wache zur Sau machen und äußerst unmutig sein. Generell immer, wenn ihr dem über den Weg läuft, ihr habt das Gefühl, der ist der Grummel Grießgram immer schlecht gelaunt und immer eigentlich die Stirn kraus und immer am Schimpfen und sonst irgendwie was. Der ist halt nicht sonderlich sympathisch. Außer in diesem einen Augenblick, in dem er an dieser Frau vorbeiläuft, ruscht langsam leicht ein Lächeln auf sein Gesicht, das sofort aber wieder verschwindet, als sie ihn anguckt. Und wenn Hildigunde es nicht besser wüsste, könnte man sogar meinen, dass der Blick von ihm auf sie ein bisschen zu lang war. Für einen normalen Blick. Wenn du verstehst, was ich meine. Notiert. Ja, Hildigunde ist ansonsten sehr kribisch damit beschäftigt, die Tischteckel zu verteilen und zu falten und was auch immer. Ja, der Hof Magus wird ein und das andere mal irgendwie sich auch mit dem Zeremonienmeister unterhalten, der übrigens relativ gut gelaunt irgendwie neben euch steht und euch die Anweisung sehr, sehr in einfachen Worten euch Anweisungen gibt, wo jetzt was hinzukommen hat, aber auch sehr milde ist, wenn ihr was falsch macht. Also besonders Hildigunde wird kaum was falsch machen, aber die Leute, die sonst noch eingeteilt sind, die werden irgendwie keine Ahnung Löffel und kleinen Löffel vertauschen oder sowas oder den Überblick verlieren bei den vielen kleinen Messerchen, die es da gibt. Aber der ist die Geduld in Person und man merkt ihm an, dass er schon ganz viele Leute in ganz viele Art und Weisen mal einweisen musste, wie sowas funktioniert. Ich würde bei meiner Arbeit in der Küche irgendwann mal versuchen, ein Messerchen oder einen ähnlichen, also einen Gegenstand, den man potenziell als Waffe benutzen kann, der zu meinem normalen Handwerkszeug dort gehört, mal in den Falten auf jeden Fall bekommen. Oder dann, wenn ich den Platz aus irgendwelchen Gründen verlassen muss, dass ich es dann mitnehme. Und ich würde jede Gelegenheit nutzen, die sich bietet, mal in die obere Küche zu kommen, vielleicht auch was in den Saal zu tragen, würde dabei Schritte auch zählen, auch wenn ich zum Abort gehe. Schritte zählen, gucken, wie lange man braucht man ungefähr, gucken, ob da schon irgendwo Wachen stehen, wo sind die Türen, also das Ganze so ein bisschen mal so wirklich aufklären und versuchen also es sind relativ wenig Wachen unterwegs, also die meisten Wachen, die ihr fehlen könnt, sind entweder draußen, draußen sind sehr viele, dann halt, wenn der kaiserliche Tross an euch vorbeiläuft, da sind auch relativ viele um den Kaiser rum, vor den kaiserlichen Gemächern sind Wachen, aber sonst seht ihr relativ wenig Wachen, eigentlich fast gar keine, hin und da ist mal vielleicht irgendwie einer oder so, aber sonst seht ihr von den kaiserlichen Wachen, keine, hin und wieder mal so ein paar etwas kriegerisch aussehende Leute, die wahrscheinlich zu einem Baron oder zu einem anderen Grafen oder sowas dazugehören, aber die sind dann meistens mit ihren Leuten selbst unterwegs, also sie hätten auch ein paar Grafen und sowas zu Gesicht bekommen. Wer auf jeden Fall hier ist, kann ich euch dann sagen, ist also natürlich die Hausherrin, die Gräfin von Ilmenstein, dann ist auf jeden Fall da Graf Gerasim von Nährbuch, ist der Hauptmann der Festtummer Garde, der wird auf jeden Fall ein paar Soldaten auch mit dabei haben, die er zu Gesicht bekommt, dann ist dann der Hauptmann der Löwengarde, den kriegt er auch zu Gesicht, der habt ihr schon am Tor gesehen, dann ist vor Ort Graf Isidor von Norburg, das ist ja eine ziemlich frohe Natur und wenn ihr dem zwischendurch mal ein bisschen öfters aufpasst, was er dann so macht, der steht auch mal ganz gerne in der Nähe des Abortes und raucht eine Pfeife, die auffällig riecht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also der nimmt Rauschkraut zu sich in der Pfeife. Dann ist Baron Ugo Damian von Eschenfurt da, ein pausbeckiger Mann mit adrett gestutztem Schnurrbart, der immer euch immer freundlich anlächelt, vor allen Dingen die Damen und dann gibt es Baronin Meribahn Sabah Al-Kaspar eine außerordentlich hübsche Frau und man munkelt unter den Bediensteten, dass die Frau Gräfin von Ilmenstein und die Baronin naja sehr sehr gute Freundinnen sind. Man munkelt außerdem, dass dieser norvadischen Baronin immer ein also hier im Schloss halt immer ein Zimmer vor Verfügung steht, dass das Zimmer aber meist nicht genutzt wird. Genau, dann haben wir den Marktgraf Gulabres von Gareth Streitzig, der auf jeden Fall auch ein paar Soldaten mit dabei hat, Graf Warnfried von Ask, die Gräfin Seisweiler Joldinen und wir haben sogar eine mahnliche Prinzessin dabei, nämlich Prinzessin Zajane Uvensteim. Außerdem noch die Baronin Elida von Vosna und die Baronin Iliane und der Baron Vitus von Persantzik. Die kommen aus Winsalt, was man ihrer Mode auf jeden Fall ansehen kann. Der Baron Ramon von Firunzhang und die Baronin Nadesha, die Freifrau von Illumin und einige Sekretäre und sonstige Bedienstete, die die alle mit sich tragen, mit sich bringen. Also es ist eine bunt gemischte Truppe an Adligen hier, die vor allen Dingen Hildigunde und Bruch vielleicht sogar kennen, die aber weitaus höher im Adel angesiedelt sind als ihr. Das Schloss hat dann aber nicht noch mehr Stockwerke, oder? Weil das sind so insgesamt ein bisschen viel Leute für die Anzahl von Zimmern. Die sind teilweise zusammen untergebracht, ja. Weil so viele Gäste Zimmer hat die Baronin gar nicht, ja. Wenn ich jetzt unten im Vorratsraum bin, sehe ich dann nur, also was sehe ich denn alles? Da du ja die Vorratssachen tragen musst, irgendwie von draußen auch nach drinnen und so, kannst du da auch, also du wirst diesen Tross auf jeden Fall mitkriegen, wirst die Adeligen zwischendurch mal zu Gesicht kriegen, draußen auch. Und, also ihr werdet alle irgendwann mal in den Hof nach draußen müssen, da werdet ihr entweder auf dem Flur oder draußen werdet ihr die meisten sehen. Ja, ähm, und was, was könnte ich denn im Vorratskeller entdecken? Ist das wirklich nur so ein kleiner Vorratskeller oder sind da noch andere Türen? Das ist sogar ein relativ großer Vorratskeller und das findest du alles, alles mögliche an Essen und Trinken. Aber sonst nichts, also nichts Brauchbares, halt nur. Keine Waffen, das ist keine Waffenkammer, ja. Ähm, wolltest du die Schlosskarte wieder zumachen? Hab ich schon. Ah, okay. Ja, äh, was, also ich seh wahrscheinlich dann regelmäßig die Löwengarde vor, äh, vor meinem Karrenherr Stiefeln. Mhm. Ja, und du wirst auf jeden Fall diesen, äh, schwer rauchenden Adligen öfters zu Gesicht kriegen, ja. Ist da bei euch in der Nähe auf jeden Fall immer. Erkenne ich am Geruch, was, der da raucht? Hier steht nur Rauschkraut, ich bin mir jetzt grad nicht sicher, was, was das da sein könnte, irgendwie, ein ganz minderes Rauschkraut wahrscheinlich sein, was man irgendwie in jeder Ecke kriegt. Ja, eventuell würde ich das dann wahrscheinlich erschnüffeln, also, definitiv, ja, das ist ein auffälliger Geruch, ja. Wenn mich der Geruch von, von hinter mir nicht dabei hinten, daran hindert. Ja, aber die sind wahrscheinlich auch immer zu zweit unterwegs, es sind halt echt Elite-Gardisten, ne, also. Die, das ja, genau, also die Gardisten sind zu zweit unterwegs, ja. Also, wenn du den so beobachtest, weil du kennst dich als KGA-Mitglied ja definitiv aus, die wissen, was sie tuchen. Das wird hart. Wie weit ist denn die Tür, um in das Haus zu kommen von hier? Du siehst ja da so einen Nebeneingang, wo das, wo der Abort ist, das heißt, Also, das sind nur fünf, sechs Schritt. Genau, da bist du schnell, ja, im Flur, auf der rechten Seite im Erdgeschoss, ja. Gut, da stehen halt auch Wachen vor, aber die gelassen, die merken halt schnell, was du da machst und lassen dich halt immer durch. Ja, ja, also ich, ich gewöhne die Wachen am besten auch schon mal daran, dass ich regelmäßig immer mal den Abort kontrollieren gehe. Einfach, wenn die, wenn die Fragen, sag ich so kurz angebunden und ein bisschen dümmlich, muss ja einen Abort sauber machen, ne? Ja. Mal durchfeudeln. Mit so einem Lappen, mit dem einfach alles abgewischt wird. Ja. Hey, hallo, Mittelalter-Fantasy. Sagrotan haben die hier nicht. Nee, garantiert nicht. Es wird auch den Adligen, glaube ich, nicht interessieren, was und wie das sauber gemacht wird. Was Sagrotan entspricht, trinkst du ja gerade die ganze Zeit, beziehungsweise deine Kumpane. Ich trinke hier keinen Schluck, ich brauche gleich eine ruhige Hand. Ich habe nur den Schluck unten getrunken, um zu demonstrieren, dass das Zeug trinkbar ist. Ja, also dann werde ich mich damit beschäftigen und werde zwischendurch immer mal auch so einen Blick, also eventuell sehe ich dann ja mal Bruch oder so, wie er da so ein, ne? Also wie er entweder hin oder zurück oder was auch immer. Der Gang ist ja sehr lang, ist ja sehr gerade, ne? Ja. Dann winke ich ihm zwischendurch einfach mal so ein bisschen zu, immer diesen dümmlichen Gesichtsausflug. so höh. Kriegst du einen genauso dümmlichen Gesichtsausflug zurück, so höh. Ja. Die niederen Arbeiter grüßen sich halt untereinander, ne? Ja, genau so soll es aussehen, ja. Ja. Ja, und ansonsten warte ich drauf, dass irgendwer anders vielleicht die Initiative ergreift. Ich bin ja nicht unbedingt im Zentrum des Geschehens. Ja, Ja, im Zentrum sind eher Hildigunde und Kendra, ne? Äh, Bruch. Na, ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben oder wenn auch dafür gesorgt ist, dass das Gesinde mal essen kann, dann können wir uns ja auch quasi zum Essen treffen. Ja. Ja, also beim Essen in diesem Speisezimmer, da könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme zusammenkommen. Dann würde Bruch wohl wahrscheinlich einen Platz suchen, der ziemlich abgeschieden ist von den anderen Mitarbeitern, wenn das überhaupt geht in einem kleinen Raum. So, dass man zumindest untereinander tuschen kann, ohne dass es jetzt jeder mitbekommt. Und, ja, auf dem Flur könnt ihr das gerne machen, ja. Und was jetzt? Jetzt sind wir hier, jetzt machen wir die Arbeit, aber... Was machen wir jetzt? Hast du den Kaiser schon auf dem Abort gesehen? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass untenrum alle Leute gleich aussehen. Woran soll ich erkennen, dass der Kaiser auf dem Abort gesessen hat? Vielleicht hat er sich mit irgendjemandem unterhalten dabei. Bruch, Hildigunde, ist euch was in der Art aufgefallen? Nur, also, er ist mir schon aufgefallen, aber auch die Menschentraube, die er sich um ihn herumgebildet hat. Kein Durchkommen. Erstaunlich ist, dass sie wohl die Sicherheit tatsächlich hauptsächlich draußen haben. Sie scheinen sich durch diese strikte Abtrennung doch recht sicher zu fühlen. Du bist genutet. Wir machen mal ganz kurz eine Pause. Ich muss mal gerade was mit meinen SpielerInnen besprechen. Dann sind wir gleich wieder feuchts da. Umblick. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, haben wir die Feder verloren. Die ist nämlich, der geht's nicht gut. Die musste leider die Session abbrechen. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, entweder aufzuhören ganz oder, ja, ohne sie weiterzuspielen. Und wir haben uns als Gruppe entschieden, die Session fortzusetzen. Und ich werde den Charakter von Hildigunde übernehmen. Wir sind auch ganz kurz vorm Finale. Das heißt, wir werden das heute wahrscheinlich noch hinkriegen. Und, ja, spielen wir an der Stelle halt, ähm, die Sache weiter. Also, ähm, ihr habt den, ihr wisst, wie der, wie der, wie der Lageplan ist. Und, ähm, ihr wisst, wo ihr euch treffen könnt, um Sachen abzusprechen. Wahrscheinlich ist es dafür am besten, wenn ihr, ähm, euch irgendwo trefft, wo, äh, Umdor mit seinem Unrat irgendwie unterwegs ist. Weil da sind die meisten Ecken, wo man sich, ähm, kannst zum Beispiel die beiden Typen rausschicken. Oder, und dann ist man erstmal total ungestört hier. Ja, also, ich werde das dann an irgendeinem Zeitpunkt machen und werde die, werde die voll anmotzen. Ey, ihr seid viel zu besoffen hier zum Arbeiten, was soll denn der? Mist! Und, äh, dann, aber dann rufe ich tatsächlich auch eine Wache und sage denen, die haben sich hier besoffen! Also, eigentlich nur dazu da, damit man mal zwischendurch, wenn einem das zu viel wird, einen Schluck nehmen kann. Aber die haben das komplett leer gemacht, den Scheiß! Und, äh, fordere die Wachen auf, dass, dass, dass die die beiden vom Gelände geleiten. Weil, äh, die sind natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, wenn die da besoffen im Abort rumhängen. Und die werden auf jeden Fall, äh, wenn die wirklich, du hast ja richtig ordentlich abgefüllt. Ähm, das heißt, die werden dann von den Wachen irgendwie in Empfang genommen und halbwegs, dann werden halt irgendwie abgeführt. Zum Ausnüchtern erstmal in den Kerker gesteckt. Das heißt, irgendwie an der Stelle sind halt, ist halt auch die Wachen, die rechts irgendwie an der Tür sind, ach, erstmal beschäftigt und weg. Ja, genau, äh, und in der Zwischenzeit rufe ich dann, äh, also, ne, wir gehen nochmal wieder rein und, und... Wird der Bruch wahrscheinlich mal so das Fass schnell mal irgendwo abstellen, äh, sodass man, äh, sodass es so ausschaut, als würde es dahin gehören und sich, äh, zum Rüberschleichen. Boah, 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 man, du stinkst noch schlimmer als so ein Kerl. Denken Sie damit, Mann! Winkt dann so... Ja? ...aus der Küche. Ähm... Ach, ihr braucht mich da, ich komme. Ja, ein Mädchen hat sich, äh, ähm, Fuß verstaucht, äh, keine Ahnung. Ich muss grad mal nochmal Pause machen, hier geht grad, ähm, der Baby-Alarm los. Sorry. So, da spielt man einmal eine Runde ohne seine Shortkeys und, äh, ne, und merkt, merkt dann, dass, äh, OBS beim Szenenwechsel nicht automatisch die Mute ist. Ja, ähm, aber gut, jetzt habt ihr ein paar Internas mitbekommen. So, ja, aber, ähm, ich hoffe, Baby ist jetzt versorgt. Geht, ähm, ja, also, ähm, genau, das Treffen, äh, von euch bei, bei Umdor. Ah, Umdor, du stinkst doch mehr als... Wir haben nicht so viel Zeit. Also, habt den Plan. Ihr wisst, wie es da drin los ist. Weiter beobachten, abwarten. Was bleibt uns über? Wir können nicht reinrennen und einfach Selbstmordkommando draus machen. Genau das. Können wir ein Zeichen vereinbaren, wann ich hier rauskomme und rein? Nein, also, wenn ich da bin, kann ich sehr schnell, ich kann die, ich hab, ich hab einen Plan, wie ich die Wachen ablenken kann, ähm, ich hab außerdem noch das hier und ich hol den Greifenring von unserem Hauptmann raus. Ähm, der dürfte mich vielleicht auch an ein paar Wachen vorbeibringen, selbst mit Bogen. Also, ich weiß, wie ich reinkomme. Ihr müsst mir nur das Signal geben, dann komm ich sofort. Kann irgendwer irgendwas, was ich auf jeden Fall erkenne, irgendwie dann in den Abort schmeißen oder so? Um, ähm, Bruchkram so irgendwie unter seiner Jacke den, von, äh, vom letzten Mal den letzten, den, den leeren Weinschlauch, den er damals ausgegossen hat, heraus. Das Ding hat eine gute Verwendung dafür. Ja, das erkenne ich. Wenn das runterfällt, statt im Haufen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir den Kaiser, meint Hildegunde, äh, irgendwo abpassen, wenn er, wenn der Ball vorbei ist. Er hat vom Ballsaal, hat er ein Stück des Weges bis zu seinem Gemach. Ja, das ist richtig. Ich meine aber auch, dass während dem Ball wohl die ganzen Wachen eher im Ball sein, sein werden. Das heißt, wir könnten uns hier irgendwo am besten in seinem Gemächern oder so verstecken und dann warten, bis er kommt. Das können wir versuchen. Dann sind es zumindest nur zwei Wachen, die da vor der Tür stehen, die wir überwinden müssen. Und nicht ein ganzer Tross. Und ich glaube, es sollte gut möglich sein, dass wir die beiden mal kurz wegschicken. Kannst du das hin? Vermutlich werde ich beschäftigt sein dann und ihr werdet euch alleine dort verstecken müssen, aber das kriege ich dann hin, ja. Kannst du mit dem Ring vorgeben, dass wir irgendwas in dem Zimmer vorbereiten sollen und sie deshalb, und sie irgendwie zu ihrem Hauptmann schicken oder ähnliches, die Wachen, dass er sie sprechen möchte? Echte Idee. Wenn sie dann wirklich zu ihrem Hauptmann gehen, der kann auch in der Nähe sein, dann sind wir schneller geliefert, als du Ohr sagen kannst. Ich glaube, besser wäre es, wenn Hildigo eine Magie benutzt. Dann fällt sie zwar aus, aber wir haben freie Bahn und es fällt nicht auf uns zurück. Sonst kennen die beiden unser Gesicht. Was meinst du, Kendra? Du bist ja auch durch das Zimmer durchgegangen. Da müsste es doch Möglichkeiten geben, sich zu verbergen, oder? Vielleicht in diesem angrenzenden Zimmer. Direkt unter dem Bett? Wäre auch möglich, weil mit diesen Trapisserien, die genau bis auf den Boden reichen und ich glaube kaum, dass einer der Wachen nochmal unter das Bett schauen wird, geschweige denn der Gottkaiser selbst. Ein Bruch passt, glaube ich, nicht so richtig unter das Bett. Einen Bruch kriegen wir da nicht unter, aber umdann nicht theoretisch. Und für Bruch finden wir sicher im Ankleidezimmer einen Schrank, in dem wir ihn verstecken können. Ja, stimmt, der Schrank war ziemlich groß. Ja, und ich glaube kaum, dass jemand, also es sei denn, der Kaiser hat sehr interessante Vorlieben. Aber ansonsten wird, glaube ich, keiner in den Schrank gucken, in dem primär die Gewänder der Gräfin hängen. Stimmt, falls sie den nicht ausgetauscht haben, ja. Oder der Kaiser trägt gerne Frauenkleider. In Privat. Ich glaube nicht, dass sie ausgetauscht haben. Keiner, also, ich kenne... Was ist denn der Kaiser? Nun, trotzdem glaube ich nicht, dass er für, mit einer so großen Garderobe anreist. Finde ich gut. Könnte in der Zwischenzeit vielleicht jemand auch nochmal einen großen Eimer Wasser hier an die Tür stellen, dann kann ich mich auch noch ein bisschen waschen, bevor ich reinkomme. Es gibt auch dieses Badezimmer im Anschluss. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das in der Eile so schaffe. Aber da ist zumindest das Wasser. Ah, gut. Ansonsten müsstest du draußen an den Brunnen gehen. Ich kann eine Schüssel warme Wasser aus der Küche sogar bringen. Weiß ich. Eine Schüssel, oder mal lieber zwei. Wir haben in der Küche genügend Kräuter, dass ich die auch noch reintun kann. Und dann sage ich einfach, es ist um den Abort zu reinigen. Weil da jemand ein wenig für gesorgt hat und ich wurde geschickt, um etwas zu holen, damit die Nasen der hohen Herren nicht übermäßig belästigt werden. Guter Plan. Sehr gut. Also da verlasse ich mich auf euch. Das heißt, ich lenke die Wachen ab und ihr versteckt euch da drin und wartet dann, bis der Kaiser nach dem Ball ein bisschen geschafft, in sein Bett sinkt und dann ermorden wir ihn im Schlaf. Wunder. Hast du nicht gesagt, dass der eine da bei dir ständig dieses komische Kraut raucht? Ja, hier ist so ein Adliger. Der kommt hier ständig raus und raucht Kräuter. Meinst du, du könntest einen, wenn du schon dein Manöver da startest, ihm vielleicht irgendwie eine Handvoll davon abknüpfen? Kannst probieren. Soll ich ihn K.O. schlagen? Könnte ich ihm vielleicht auch gleich die Kleidung abnehmen. Hast du noch was von dem Schnaps? Habe ich noch was von dem Schnaps? Du hattest auf jeden Fall ja Nachschub zwischendurch irgendwo aus der Küche oder sowas besorgt, weil ich glaube, mit einer Flasche zwei Leute total betrunken zu machen, also du weißt, wo du Schnaps herkriegst. Ja. Schlag ihn K.O. Und kipp den Schnaps über ihn. Dann denkt man, er hat sich betrunken. Bring diese Kräuter mit. Mit Sicherheit zünden sie auf Abend ein Kohlebecken im Zimmer an. Diese Kräuter könnten uns vielleicht behilflich sein. Mach ich. Und Bruch? Ja. Wir müssen die Türen versperren. Was sind denn da so Möbel drin? Im Ankleidezimmer sind mehrere Kommoden und von dort führt eine Tür außer zu dem Schlafzimmer auch noch zu einem anderen Zimmer. Wir sollten gucken, dass sie uns zumindest nicht von zwei Seiten irgendwie angehen können. Das schaffe ich. Du bist mute. Was machen wir, wenn es passiert ist? Einfach rausmarschieren und versuchen möglichst schnell Distanz zwischen uns und das Schloss zu bringen? Bevor sie entdecken, was passiert ist? Genau das. Heraus kommen wir sicherlich einfach. Wenn wir es nicht zu hastig angehen. Und da wie, wie schaut das unten bei dir aus? Kommt man vom Abort ziemlich einfach raus, wenn man jetzt nicht unbedingt eine feine Nase hat? Also von da kommt man nirgendwo hin. Wir müssen übers Gelände laufen. Allerdings sorge ich für eine Ablenkung auf dem Gelände. Wir müssen dann nur schnell sein. Alles klar. Wenn ich den Herren mit dem Rauschkraut erwische, werde ich Utensilien zum schnellen Feuermachen haben. Ich gucke so auf den Wagen. Ihr wisst, was ich meine. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch einen Zeitpunkt abpassen. Wann sollen wir das machen? Also sollen wir, wenn der Ball beginnt, direkt ins Zimmer? Ja, vielleicht, wenn sich die ganze... Wir sollten einen Moment abwarten. Sobald die Tafel aufgehoben wird, sollten wir schauen, ob sich unser guter Kaiser nochmal irgendwie umkleiden wird für den Ball. Also wir sollten abwarten. Falls er sich direkt zum Ballsaal begibt, wird ihn der ganze Tross ja begleiten. Das heißt, dann haben wir eh eine gewisse... Dann ist Bewegung da, dann ist Unruhe da. Dann achtet wahrscheinlich auf dieses Ende vom Korridor niemand großartig. Vor allem nicht auf Bedienste, die doch ihren Geschäft nachgehen. Das ist eine gute Idee, wenn ich den beiden Wachen den Befehl in den Geist setze, dass sie den Kaiser beschützen müssen, dann werden sie wahrscheinlich mitgehen, anstatt hier Wache zu halten. Ja, wie gesagt, wir müssen nur abwarten, falls der Kaiser das Ansinnen hat, sich für den Fortgang der Festivitäten nochmal... Das könnte auffallen. Was? Wenn die Wachen ihn begleiten? Mhm. Wenn sie nicht dafür eingeteilt sind, verstehst du? Dann schick sie einfach irgendwo anders, schick sie in die Keller oder so. Oder schick sie einfach nach draußen oder... Auf den Abort. Ja, schick sie in den brennenden Wagen hinterher. Ich könnte unten noch ein, zwei Fässer aufmachen. Kannst du sie dazu bringen... Zu trinken? Zu trinken. Auch ein guter Plan. Dann hätten wir dich vielleicht auch irgendwann auch wieder frei. Und sie sind nicht so schnell wieder bei Sinnen, dass sie uns irgendwie in die Suppe spucken könnten, sobald wir, nun ja, einem gewissen Kaiser den Hals umgedreht haben. Hm. Ich glaube, es ist, es ist besser, wenn ich sie unter Kontrolle halte, indem ich bei ihnen bleibe, anstatt, dass ich sie alleine lassen und sich betrinken. Falls irgendwas schief geht oder so, kann ich dann zur Not einen zweiten Zauber merken. Und wie kommst du dann wieder raus? Naja, ich habe ja nichts gemacht. Außer mit den Leuten ein bisschen Wein im Keller getrunken. Womöglich wird sie dann auch noch von den anderen Wachen nach draußen befördert. Könnte sein. Ja. Außer macht er sowieso drei Steine im Bretter als Ehrenwärter Adlige. Ich muss euch dann nur vertrauen, dass er es auch durchzieht. Macht ja auch diesen Drang. Echt schwierig, ihm zu widerstehen, wenn wir wissen, dass er hier auf dem Gelände irgendwo rumläuft. So, genug gewartet. Ab dafür. Wir haben einen Plan. Durchziehen. Okay. Bereitet das vor, was ihr vorbereiten müsst. Äh, ein Bruch. Ja. Hier. Steckt sich so den Dolch in den Ärmel. Danke sehr. Und zieht die Kordel ein bisschen straffer. Braucht ihr noch? Ich hab hier ein Küchenmesser. Da sparen sie nicht an der Qualität. Bin nur für einen Fernkampf ausgerüstet. Daher könnte ich auch noch einen gebrauchen. Dann warten wir mal, dass der Ball beginnt und die große, der große Aufruhr hier beginnt. So soll es dann auch geschehen, dass ihr wartet, beziehungsweise euch gut vorbereitet. Bruch wird dann das Weinfass bereitstellen in einer nischigen Ecke irgendwo im Keller. Äh, was wolltet ihr noch vorbereiten? Ich würd' mir den Adeligen mit dem Rauschkraut schnappen. Genau, ja. Insofern er nochmal da steht, bevor die Wachen wiederkommen. Ja, definitiv. Den kannst du abpassen. Der ist da oft genug. Vielleicht steht er auch da die ganze Zeit und raucht, während die Wachen schon weg sind. Okay. Also dann werd' ich den gekonnt K.O. hauen und quasi in den Abort schleifen, ihn dort fesseln mit den Riemen von dem Bündel. Was machst du mit dem? Ach, die beiden waren ja abgeführt. Das heißt, du bist jetzt auch noch alleine da. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Hatte ich gerade kurzzeitig vergessen. Ja, war gut. Jetzt kann ich schalten und walten, wie ich will hier. Das ist der Abort deiner. Vom Himmel. Aber wolltest du dich den mit Alkoholzug übergießen? Eins nach dem anderen. Nein, nein. Ich bin jetzt erstmal beim Fesseln. Womit fesselst du den denn? Ich hab ja die Riemen für das Bündel. Ach ja, gut. Damit werd' ich ihn fesseln. Ich werd' ihn vorher entkleiden. Dann werd' ich seine Sachen bereitlegen, damit ich die nachher anziehen kann, wenn ich mich halbwegs gewaschen habe. Leg' das Rauschkraut bereit. Und der wird mit Sicherheit auch Feuerstein und Stahl da haben. Definitiv, ja. Sehr gut. Die lege ich auch bereit und präpariere den Wagen dann immer mit ordentlich Stroh. Und Kendra wird die Schüsseln besorgen mit dem Wasser, damit du dich waschen kannst. Soll der auch ohne, also da gehen so viele Schüsseln rein und raus, das ist irgendwie kein Problem, dass du da irgendwie ein bisschen Wasser. Man wird vielleicht mal in die Schüsseln reingucken und kurz fragen, irgendwie was willst du mit dem Wasser? Auf dem Abort gab es. Bleib nicht zu lange da. Hab ich nicht vor. Gut, dann kann Umdor sich halbwegs waschen. Also ein kleines Rest bleibt auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht sonderlich viel wert. Vor allen Dingen, weil du dann die parfümierten Art in den Kleider ja noch drüber ziehst. Ist auch nicht so, als hätte ich vorher besonders toll gerochen. Ja, und dann beobachtet ihr, wie Hildigunde sich über den Gang schleicht. Wollt ihr mit ihr zusammen mal hingehen oder wollt ihr sie vom Ferner beobachten? Ich hätte jetzt gesagt, ich tue einfach in der Nähe im Flur beschäftigt, sodass ich nicht direkt hingucke. Aber es eindeutig ist, wenn sie dann geht. Die anderen? Ich würde mir mitten auf dem Gang ein bisschen schwerer tun, das Fass zu bewegen. Würde mich mal drauf stützen. An die Wand stützen. Und Umdor guckt auch von Ferne? Oder von wo? Ne, ich warte ja auf den Schlauch. Also ich warte ja darauf, dass das Zeichen kommt. Ach so, dass das Zeichen kommt. Okay, alles klar. Ja. Dann geht hier die Gunde dann irgendwie sehr aufrecht. Irgendwie und mit festem Blick auf die beiden Wachen zu. Und spricht ein paar magische G's. Macht dann, verführt irgendwie diese Handgeste von deren Augen. Und spricht auf Bosporano ein paar eigenartige Worte, die ihr alle nicht kennt, weil ihr alle kein Bosporano sprecht. Und daraufhin werden sie so ein bisschen schlaff. Gucken sich an. Ja, macht das, macht Sinn. Dann schaut sich hier die Gunde um und sagt, da hinten ist der Abgang in den Keller und kommt einfach mit. Und dann hakt sie sich so bei den beiden so unter. Und dann gehen die halt zusammen zur Kellertreppe. Und die Tür ist frei. Dann würde Bruch ganz schnell auf dem Abort verschwinden. Und den Weinschlauch dort runterfallen lassen. So, dass er schön aufplatscht. Ja, woraufhin ich mich ganz schnell mit Feuerstein und Stahl daran setze, den Wagen anzuzünden. Und sobald ich die erste Glut sehe, ordentlich fächern. Das heißt, du willst während dem, während dem das festläuft, schon das Ding anzünden? Also, ja. Also ich warte ja auf das Signal. Wenn Bruch mir das Signal gibt, geht's los. Ja, das Signal sollte wann kommen? Das sollte eigentlich erst, wann sollte das? Wenn die Gelegenheit da ist. Zu töten. Wenn alles bereit ist und der Kaiser ... Wenn wir uns im Schlafzimmer verstecken können. Ja, das wird Bruch auf jeden Fall aber mitbekriegt haben, wann genau das sein soll. Deswegen, ja. Dann wird er da warten, ja. Okay. Also so hab ich's jetzt verstanden, weil dann geht's ja für mich los. Danach ist ja keiner mehr im Abort. Wenn das auffällt. Ja, also das heißt, nur Kendra und Bruch haben erst mal Zugang zu den Räumlichkeiten und sind da unter sich. Ich hab schon gedacht, dass ich umdormit verstecke. Ich auch, eigentlich. Okay, aber dann brauch ich meine Aktion mit dem Feuer nicht. Ich hab gedacht, das wäre um unsere Flucht quasi zu verschleiern. Und ich dachte, ich soll dich einfach ... Weil dir einfach nur zeig, dass du hochkommen sollst. Okay, dann so. Dann behalte ich das in der Tasche. Dann hab ich das einfach anders gemacht. Machen das so, wie ihr das gerne möchtet. Dann bin ich gut mit Leben. Alles in Ordnung. Okay, dann seid ihr halt zu dritt und könnt euch dann da umgucken in dem Zimmer. Das Erste, was Bruch den wahrscheinlich machen wird, ist, den, das ... Die eine Tür, die vom Umkleidezimmer aus zum Gang geht, mit einer großen Kommode zu verschließen. Und davorzurücken, sozusagen. Mhm. Damit da keiner rein und rauskommt. Mhm. Und sich dann recht schnell in den Schrank verdünnisieren. Aber einen Spalt offen lassen, damit er hören kann, wenn jemand reinkommt. Ja. Also hockst dann im Schrank eine ganze Zeit mit irgendwelchen Frauenkleidern um dich herum. Ja. Und wir würden unter dem Bett liegen. Dann hört ihr irgendwann, wie Bedienstete in das Zimmer betreten. Tappend. Also ihr hört die Schritte und könnt dann unter dem, unter dem, also das, äh, Umdor und Kendra können das sehen. Die tragen halt große Bottiche in das, äh, äh, angrenzende Zimmer. Also in das Bad. Und dann hört ihr, wie dort Wasser eingelassen wird. Und dann irgendwann entfernen sich die Schritte wieder. Bediensteten verdassen das Ding wieder. Und unterhalten sich kurz noch, hey, wo hast du die Wachen gesehen? Na, keine Ahnung. Vielleicht sind die gerade auf dem Abort. Was juckt uns das? Und es vergeht halt der ganze Abend, während ihr euch dort versteckt haltet. Und, äh, irgendwann hört man dann von vor der Tür die Stimme von Hauptmann Tiro. Oh, und dem Hofmagier Firemoon. Äh, euer Exzellenz, äh, ist es wirklich, Moment, sollten hier nicht zwei Wachen stehen? Hm. Nun, das gehört zu eurer Profession. Eigentlich sollten wirklich welche hier stehen, oder nicht? Vielleicht. Moment. Mach die, mach die, mach die Tür auf. Schaut dann so in den Raum. Äh, der Raum ist leer. Hm. Dann hört ihr eine weibliche Stimme. Die Gastgeberin, Greifin von Ilmenstein. Äh, ich, ich begleite euer, äh, die Göttlichkeit und passe auf, dass nichts passiert. Während ihr die Wachen sucht. Ja, äh. Komm mit, Chirano. Oh, wir, wir suchen die beiden. Die beiden schwereren Schritte entfernen sich und, äh, zwei nicht so schwere Schritte kommen in den, äh, ins Gemach. Ich würd' in dem Fall gerne eine Karte ziehen. Ja. Äh, ich kann jetzt für die Zuschauer leider nicht auf die andere, äh, Sicht wechseln, aber ich sag euch gleich, was sie gezogen haben. Die umgedrehte Perreine für Leid und Pestilenz. Für Mord. Für Mord. Ja, ähm, Bruch würde sich ganz leise aus diesem Schrank heraus stehlen. Und. Du siehst vielleicht, du siehst vielleicht von, von, von unter dem Bett umdorce. Ja, du siehst ihn ja gar nicht, ne, also man kann von unter dem Bett ja nicht in das Ankleidezimmer zum Schrank schauen, wenn du das jetzt siehst, ne. Und, ähm, würde sich, würde dann das Armband lösen, was er ganz am Anfang bekommen hat. Mhm. Und dieses Armband in dieses Meuchheldrad verwandeln. Mhm. Sich von hinten an die gute Frau da anschleichen. Und zu drücken. Ja, du schleichst erst mal zur, zur Tür zum, zum Zimmer und siehst dann, dass die einen guten Blick auf die Tür haben. Das heißt, anschleichen ist gerade echt schlecht. Und dann hörst du sie, sie sich noch unterhalten. Äh, so, meint der, meint der Kaiser. Das war echt eine schöne Feier. Doch, äh, ich muss zugeben, ihr seid eine gute Gastgeberin. Ja, ich, äh, ich, äh, werde noch ein Bad nehmen. Ich könnte ja gerne hier Wache halten, falls die Wachen irgendwas entdeckt haben vielleicht oder so. Das tue ich. Dann sieht man, wie Hall hinter, ähm, äh, äh, dieser Ankleidewand dort verschwindet. Und man hört die beiden sich weiter unterhalten. Jetzt, wo wir unter vier Augen sind, sagt der Kaiser, kann ich euch ehrlich sagen, dass ihr es wart, die dem Ball den wirklichen Glanz verliehen habt. Ihr seid eine außerordentlich schöne Frau. Und Tesia, ich, äh, danke euch für diese freundlichen Worte. Ich muss sie aber zurückweisen, denn ihr habt das Fest zu einem strahlenden Ereignis werden lassen. Nicht doch, nicht doch, meine Liebe. Ich frage mich nur eins. Wie konnte es angehen, dass nicht ihr, sondern der Herzog Juho zum Marschall gewählt wurde? Ich, ich, ich drehe mich so um da und mache auch so. Tesia, nun, die Wahl ist halt kein Schönheitswettbewerb. Außerdem dachte ich immer, man sei mit den Wahlergebnissen in Gare ziemlich zufrieden gewesen. Ah, das ist wohl wahr. Aber dennoch kann ich eure Landsleute nicht verstehen. Nun, na, wie dem auch sein, ich muss zugeben, mit Juho verhandelt es sich wesentlich leichter als mit euch. Dennoch, äh, es macht mir mehr Freude, euch gegenüberzustehen. Vielleicht können wir bei unserem morgigen Gespräch unsere Standpunkte doch ein wenig näher zueinander bringen. Während des Gesprächs beginne ich nervös mit dem Dolch auf dem Parkett ein bisschen zu kratzen, weil ich so dermaßen angespannt bin und die Dummschiss labern, ja. Tesia, damit rechnet ich zwar nicht, aber es wird mich gewiss freuen, euch und eure Versuchen zuzuhören. Ihr seid ein sehr unterhaltsamer Gast. Nun wünsche ich euch aber wirklich, äh, ein gutes Bad. Am Plätschern des Wassers kann man wahrscheinlich hören, dass, äh, ihr wahrlich eure Freude habt. Und tatsächlich hört man es bald plätschern. Das heißt, dass die, äh, dass die, äh, Gastgeberin noch da steht. Die geht nicht raus. Kurz nachdem ihr das Plätschern hört, hört ihr wie die, also du siehst es nicht, weil man muss es um die Ecke gucken können, aber die anderen beiden von unter dem Bett sehen das, dass die, äh, Gräfin halt zu dem, äh, zum Bade, der Badezimmertür rüberläuft nochmal und sich vergewissert. Und dann hört ein, äh, alles gut, es ist wirklich hervorragend. Ja, ich geh dann und, äh, warte noch vor der Tür, bis die mit den Wachen wieder da sind. Ja, alles, äh, alles gut. Euch eine gute Nacht. Euch auch, eure Majestät. Und dann verlässt sie das Zimmer Richtung Flur. Jetzt steht nichts mehr zwischen euch und dem alleine badenden Kaiser. Ich nick Kenra zu. Würde ich mich langsam unter Bett vorbewegen und das Messerchen ziehen. Bruch würde dann, ähm, ich muss mal kurz drauf gucken, würde dann, ähm, an die andere Seite huschen, äh, so dass er gerade neben dem Durchgang zum Bad steht und würde, würde dann, ähm, auch den Dolch von Hildegunde aus seinen Ärmel holen. Mhm. Das heißt, dass er eingekesselt ist, egal welche Richtung es ist. Ungefähr gleichzeitig und umzingelnd. Betretet ihr das Badezimmer. Den Dolch in der Faust. Und schon als die Türen aufschwingen und euer Blick auf den Raum fällt, auf die Einrichtungsgegenstände, den marmor gefließten Boden und bemerkt ihr etwas Merkwürdiges. Auf dem Boden liegen merkwürdige, breite Binden aus festem Stoff, wild verstreut. Auf einem der Stühle neben dem Badeeinlass liegt ein blau-seidender Bademantel. Ein eher damenhaftes Kleidungsstück. Überall riecht es wirklich gut, wegen den Badetiegeln, die in das Wasser ergossen haben. Das Wasser hat eine milchig-weiße Farbe angenommen. Rosige Lotusblüten schwimmen auf der Oberfläche. Und dann geht euer Blick auf die Person im Becken, auf die ihr es abgesehen habt. Euer innerer Drang zieht an euch. Ihr richtet den Dolch schon in eurer Hand her. Aufgeschreckt steht die Person nun bis zum Nabel aus dem Wasser heraus. Ihre schmale Hand tastet auch an dem zierlichen Dolch, der bei den Badeuntersilien liegt. Ihr seht in das erschreckte Gesicht mit weit aufgerissenen blauen Augen. Sie starren, also ihr starrt, auf den nackten Leib des Kaisers. Hübsch geformte, weibliche Rundungen. Bruch fällt die Kinnlade nach unten. Und in diesem Augenblick hört der Sog auf, der an euch reißt. Ihr, ihr, ihr seid nicht der Kaiser. In eurem Kopf heilt es wieder. Kaiser Hahl ist ein Tyrann. Finde und töte den Mann. Und ihr blickt dem Kaiser ins Gesicht. Ja, es sind die Züge des Kaisers. Aber er ist eine Frau. Der Fluch hat all seine Kraft verloren. Bei allen Dingen, die Galottas dämonischen Plan vorgesehen hat, hat er diese eigene kleine Information offenbar nicht gewusst. Ich schmeiß den Dolch... Was geht hier vor? Ich schmeiß den Dolch in die Ecke, geh auf ein Knie. Euer Majestät. Was soll das? Und ich zieh so an Kendra. Runter, runter. Das ist wahrlich überraschend. Dann würde ich auch auf die Knie gehen. Die Bruch steht hier immer noch so mit erhobenen Dolch und Kinnlade komplett nach unten. Alter, aufs Knie. Du bist der Adelige hier. Ach ja, ach ja. Majestät. Und rutscht so plötzlich auf beiden Knien hin und her. Ihr hört Türen, die hinter euch aufgestoßen werden und nicht ein paar Augenschläge später stehen. Tesia, der Hauptmann Tiro, Hofmagier Fejamun und die geweihte Lysmia in der Tür. Die zücken ihre Klingen. Richten sie auf euch. Ich hole den Ring von unserem Hauptmann raus mit dem Greifen-Emblem des kaiserlichen Geheimdienstes. Wir sind mit einem Fluch versehen hierher gekommen. Er führte uns hierher um seine Majestät zu Boron zu schicken. Es schien aber so zu sein, dass der Fluch in allerletzter Sekunde gebrochen wurde. Legt die Waffen nieder, meinte Kaiser oder die Kaiserin. Ich, äh... Das ist der Ring der KGIA, nicht wahr? Das ist wahr. Welche Dämonen würden einen solchen Fluch aussprechen? Und Bruch würde murmeln, ihr wisst sicherlich selber, welche Dämonen oder welcher Beherrscher jener. Die Gräfin reicht nun, äh... der Kaiserin über den Bademantel und sie schlingt sich in den Mantel. Während ihr in das verblüffte Gesicht des Hauptmanns und des Hofmagiers schaut. Vielleicht solltet ihr den Blick senken. Das ziemt sich nicht. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, durch diese ganze Aktion jetzt hier ist einiges zu Tage getreten, was ich eigentlich vermeiden wollte. Wir sind Geheimnisträger im Auftrag eurer Majestät. Sie nickt. Was hat es... Was hat es damit auf sich? meint der Hauptmann Tiro. Da ihr jetzt alle zu Geheimnisträgern geworden seid, muss ich es ja nicht weiter herauszögern und dann kann die ganze Sache vielleicht etwas aufklären. Habt ihr die Wachen wiedergefunden? Nein, noch nicht. Die werden... Die beiden Wachen werden sich im Weinkeller befinden und sich an einem Fass gemütlich tun. Lysmina, könnt ihr dafür sorgen, dass wir nicht noch mal gestört werden? Ihr kennt die Geschichte ja schon. Natürlich eure Majestät. Nun. Dann sollten wir erstmal die Waffen alle wegstecken und außer Reichweite legen. Ich fühle mich damit etwas unwohl, wenn Waffen in meiner Nähe sind. aber gut. Ja, das sieht gut aus. Ihr seid also verzaubert worden, nicht wahr? Ihr wisst von wem? Ihr habt eben so eine Andeutung gemacht. Wer trachtet euch nach dem Leben? Ich bin mir sicher, wir trachten etliche nach dem Leben. Galotta, Majestät. Der Hofmagier. Natürlich. Es war ... Hätte ich das damals gewusst, ich glaube, naja, ich kenne ihn ein bisschen. Er ist eigentlich kein schlechter Mensch, müsst ihr wissen, aber dass er mal so weit gehen würde, die Sache mit dem Krieg war schon genug und aber dass er jetzt noch so einen niederträchtigen Plan aushäckt und meine eigenen Agenten gegen mich hext. Ein genialer Plan, aber warum habt ihr aufgehört? also ich denke tatsächlich, wir waren, dass dieser Plan nicht so beabsichtigt von Galotta geführt worden ist, sondern dass wir zur falschen Zeit am falschen Ort waren und aufgehört haben wir wahrscheinlich aufgrund des Zaubers selber, der aus einem Zettel Bestand auf dem Stand Kaiser Harles ein Tyrann gilt und tötet diesen Mann. Ich verstehe. Sie blickt zu dem Hofmagier. Schlampig, würde ich sagen, aber in diesem Falle glücklich. Nun, wenn ihr euch ein bisschen zurückerinnert, nun, ich bin in der Tat Kaiser dieses Reiches und das werde ich auch bleiben. Schaut euch so tiefgründig an. Ihr wisst, dass nur männliche Nachkommen den Thron besteigen dürfen. Dafür gibt es das Gesetz, das auf die Tage von Helahoras zurückreicht. Und mein Vater, mein Vater war überglücklich, als seine Frau Jorohaya endlich Nachwuchs erwartet hat. Voller Ungeduld hat er den Tag unserer Geburt er ja unserer Geburt. Ich hatte einen Bruder, den richtigen Haal. Aber nun, er ist verstorben und meine Mutter hat es ja auch dahin gerafft. Aber wir brauchten einen männlichen Nachkommen und so bin ich seit meiner Kindheit Haal gewesen. Haal. Obwohl ich nicht Haal bin. Ich bin Selinde Haals Schwester. Ohne mich gäbe es keinen Thron. Ohne mich hätte Reto sein Gesicht verloren. Reto hat das alles gut geplant. Er konnte nicht für weitere Nachkommen sorgen, weil er Rohaya so liebte, dass er keine andere Frau duldete. So konnte er mit Rohaya keinen Erben zeugen und nun keine neue Frau nehmen. Dafür hat er gesorgt, dass ich den Thron besteigen kann als Haal, als Prinz von Gareth. Ein Leben voller Heimlichkeiten, wenn ihr versteht. Nur ganze fünf am Gareth Hof wussten, was Sache ist. Und je älter ich wurde, desto schwieriger wurde alles. Reto hat mir eine Gemahlin ausgesucht, Alara von Palligan, eine sehr loyale Frau, der man ein Geheimnis auch anvertrauen konnte und sie war eingeweiht von vornherein und sie hat eingewilligt mit Reto das Lager zu teilen, damit gewährleistet ist, dass die Linie von derer von Gareth auch nach meinem Tod bestehen bleibt. Prinz Brinn ist also der leibliche Sohn von Kaiser Reto und hat damit auch einen legitimen Anspruch auf den Thron. Tja, und bis heute ist es mir gelungen, das Volk und den ganzen Hofstaat in Gareth zu täuschen. Aber ich fühle mich irgendwie schwach. Es wird immer schwieriger. Mich zum Gott ausrufen zu lassen war eine Verzweiflungstat, damit mir niemand mehr zu nahe kommen kann. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. bis heute. Und diese Aktion von heute, die zeigt mir, dass es nicht ewig so weiter gehen kann. Und sie versinkt erst mal in nachdenkliches Schweigen und schaut aus dem Fenster in die dunkle Nacht. Ihr noch was sagen? Eure Majestät, wenn ich euch einen ungewöhnlichen Vorschlag unterbreiten dürfte, wir sind hier hereingekommen und haben euch fast getötet. Ja. Ja. Was ist, wenn ihr von diesem Fest niemals wiederkommt? Ihr meint, ich soll mich totstellen? Totstellen, verschwunden, verschollen, wie ihr es auch wollt. Ein toter Kaiser würde aufleben machen und das Bornland in einen Krieg vielleicht hineinziehen. Das ist keine Option. dann lasst uns euch und Bruch senkt weiter den Kopf, aber macht diese Geste entführen. Ja, es haben mich heute zu viele Menschen gesehen beim Fest. Es müsste irgendwann anders geschehen. Aber die Idee ist gar nicht schlecht. Ihr werdet doch nicht von diesem dahergelaufenen Meuchelmörder irgendwelche Ideen annehmen, eure Majestät. Ruhig, die Idee ist nicht schlecht. Und jetzt bei den Worten dahergelaufener Meuchelmörder wird Bruch plötzlich Kerzen gerade. Weder dahergelaufen noch Meuchelmörder, verflucht und aderlich und schaut böse in die Richtung. Wir müssen es geschickt machen. Nun alleine dafür, dass ihr in meine Gemächer eingedrungen seid, wäre für euch eine Höchststrafe schon angebracht. Wir machen einen Deal. Da ich eure Idee ziemlich gut finde, möchte ich mehr über euch wissen. Was macht ihr so in der KGIA? der einen Auftrag gerade oder was macht ihr, wenn ihr keinen Auftrag habt? Bruch druckst rum, ich weiß es nicht wirklich. Kann euch auch nicht einfach in die KGIA zurücklassen. Ihr könntet uns einen Auftrag geben. Unser letzter Auftrag endete im Prinzip damit, dass wir diesen Fluch angefangen haben. Verstehe. Ich meine nun, nachdem es so scheint, als mehrere Galotta ja durchaus noch eine Bedrohung für euch, könntet ihr uns den Auftrag geben, ihn zu suchen oder Hinweise nachzugehen auf, ob sich da nur jemand seines Namens bedient oder ob er vielleicht tatsächlich noch da ist. Und dieser Fluch mischt sich der Hofmagie ein, scheint doch eindeutig zu beweisen, dass er noch am Leben ist. Ich wüsste niemanden sonst, der so abgrundtief böse wäre, euch einen solchen Fluch aufzuhetzen. Gut, gebt uns seinen Auftrag. Ein Auftrag, über den wir nicht ohne weiteres sprechen dürfen. Weil ich denke nicht, dass es im Sinne des Kaisers wäre, wenn das Volk weiß, was passiert ist. Nein, niemand muss wissen, was heute Abend passiert ist. Und wenn ihr verschwinden wolltet, könnte seine Majestät vielleicht auch uns als Geleitschutz mitnehmen. Wir hatten die Gelegenheit, euch zu töten und haben es nicht getan. Das ist wahr. Seid ihr denn dafür bereit? das hieße nie wieder KGIA, nie wieder Stand, Bruch an, sondern ein Leben in Abgeschiedenheit, feiern ab von allem und immer mit einer Lüge leben und meine Lüge beschützen bis in den Tod. Glaub mir, diese Lüge aufrecht zu erhalten ist schwer. Ich werde alles tun, was ihr von mir verlangt, doch bitte ich darum, und jetzt viel Bruch auf Hildigunde, dass ich das mit einem vollen Bewusstsein tue. Was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Da müsst ihr die Frau Magierin fragen. Die Frau Magierin hat ein Versprechen abgegeben, dass sie nicht brechen wird, schon vor diesem. Nein, Bruch, das kann ich nicht tun. Bruch schaut dann wieder auf die Kaiserin kann dieses Versprechen denn nicht durch kaiserliche Güte aufgehoben werden? Wie die Gunde meint, es ist dein Versprechen, nicht das eines auf Vorgesetzten. Und ich auch für den Kaiser werde ich es nicht brechen. Du lebst besser mit dem, was du jetzt bist. Die paar Erinnerungen, die ich dir gegeben habe, reichen völlig aus. Und wie es scheint, verschränkt die Arme, bleiben wir ja noch eine Weile zusammen. Vielleicht entscheide ich irgendwann, aber bestimmt nicht hier neben dem Kaiser, dass ich dir deine Erinnerungen zurückgebe. Rucksack so ein bisschen bei dem sich zusammen wie ein schmollender kleiner Junge. Kaiser richtet sich wieder an euch, blickt euch ernst an. Nun, dann nehme ich euch allen jetzt erst einmal ein Versprechen ab. Ein Schwur. Schwört zu niemandem über das hier zu sprechen, was ihr hier erblickt und erfahren habt. Ich schwöre. Bei allen zwölfen. Dann unser Lebensende. Und dann gebe ich euch einen letzten Auftrag. der flapsige Kaiser, der so durch den Wind ist und nur in seinen eigenen Sphären unterwegs zu sein scheint. Wer könnte das sein, meinte Hauptmann. Ich weiß genau, was das Volk über mich sagt. Ich werde mir die Erwartungshaltung zugute nutzen und morgen einfach so aus einer Launenhaftigkeit heraus eine Jagd machen. Ganz plötzlich und ihr Hauptmann werdet keine Möglichkeit haben, schnell so viele Wachen zusammen zu bekommen, die mich begleiten. Außer vier Agenten, die ihr ganz schnell noch auftreiben könnt, die am fähigsten sind. Und diese vier Agenten und ich werden auf diesem Ausflug verschwinden und nicht zurückkehren. Die Wälder hier im Bornland sind bekannt dafür, dass sie gerne Menschen verschlucken. Nach einer Weile werdet ihr mich schaut dann zu den anderen für vermisst erklären und mein Sohn Brinn wird der neue Thronerbe und Thronbesteiger sein. Und ich werde mit diesen Vieren geschützt durch sie das Geheimnis bis in alle Ewigkeit wahren und mich zurückziehen irgendwo hin wo wo mich niemand findet. Das bedeutet aber auch wenn ihr diesen Auftrag annehmt werdet ihr ebenso verschwinden. Nehmt ihr den Auftrag an? Das Sondern soll schön sein habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich diene der Krone und werde der Krone dienen. Und der Mann mit den Gedächtnislücken Wie soll ich euch nennen? Bruch Rachos Ui Niamat Will die Gunde ergänzt. Bruch reicht! Bruch Ich komme mit. Tja und wie ich eben schon versprochen habe ich muss mich um Bruch kümmern. Ich komme auch mit. Dann ist es so. Morgen werde ich verschwinden. Bereitet alles vor. Und hier Arbeit hier endet das Abenteuer für heute. Und ihr wisst nun warum Kaiser Haal plötzlich auf einem Jagdausflug Gebornland verschwunden ist und das Reich mit der Thronnachfolge um Brin in eine tiefe Krise gestürzt hat. Ja das war's mit den Attentätern. Auf irgendeine Art und Weise habt ihr den Kaiser getötet. ein gut gehütetes Geheimnis der DSA Welt Kaiser Haal ist eine Frau und kein Mann. Er taucht übrigens später in den Geschichten wieder auf, wenn es brenzlig wird. Also er ist nicht ganz von der Bildschwertfläche verschwunden. Er kriegt nochmal einen ehrenhaften Abgang und vielleicht kann man irgendwo, wenn ihr das da draußen das Abenteuer spielt, wo Haal wieder auftaucht, dann baut auch Kendra Umdor Bruch und Hildigunde ein, weil sie begleiten ihn ja jetzt. Ja, gut. Vielen Dank für euch dann nach da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Gute Besserung nochmal ein Fehler nach da draußen. Das wäre echt cool gewesen, wenn du bis zum Ende mitgespielt hättest können, aber Gesundheit geht immer vor. Vielen Dank an euch, die ihr mitgespielt habt. Die lange Pause hat uns ein bisschen rausgebracht, fand ich. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert hier bei mir im Haushalt, dass ich auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das Abenteuer wieder so rüberzubringen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Aber ich hoffe, es ist trotzdem noch halbwegs vernünftig rübergekommen. Ja, die Attentäter ist dann vorbei und wir sind alle ganz furchtbar traurig, bis wir das nächste Pen & Paper Rollenspielprojekt entdecken, zum Beispiel beim Pöller auf dem Kanal. Ja, das ist direkt morgen. Wir gehen morgen nämlich ganz in die Nähe des Bornlandes nach Tobrien auf meinem Kanal, wo besagter Galottatöter Tordek Hammerhand sich jetzt dem frohen Dienst bei einer sehr niedrigen Adelsfamilie in Tobrien befindet, nämlich bei einem zweiten Charakter unserer sieben gezeichneten Kampagne, nämlich Falk Jerudin von Alstblick. Und was die beiden so in ihrem Alltag erleben, das werden wir morgen feststellen, das ist die letzte Runde, wo es ums Private der Helden geht, bevor wir dann wirklich in die sieben gezeichneten Kampagne einsteigen mit Albtraum ohne Ende, das dann nächste Woche mit auch. Ja, und in der sieben gezeichneten Kampagne, da geht es auch ganz, also nicht im Hauptplot, aber irgendwie sehr stark irgendwann auch darum, was mit der Thronfolge ist. Also da habt unser Abenteuer, was hier heute ist, schon irgendwie einen Einfluss. Dann könnt ihr das, wenn ihr das dann schaut beim Pölle und dann kommt der Reichsbehüter, heißt der glaube ich, irgendwie irgendwann vor, dann wisst ihr genau, warum der jetzt irgendwie kein Kaiser ist. Genau, und die Answin-Krise startet ja im Prinzip dann jetzt mit die genau gleiche genau und die spielt tatsächlich jetzt morgen im Hintergrund schon eine Rolle, weil Tordek ein hochrangiger KGI-A-A-DGN war und Anhänger beziehungsweise Freund des Putschisten Answin von Rabenmund. Ja, und das nochmal ein bisschen zu erklären, irgendwie KGI-A-A-Genten hier und ja, ich habe eben schon gesagt, das stürzt das Reich in eine Krise, weil nicht wirklich klar ist, also er hat das jetzt so gesagt, mein Brinn wird Kaiser, aber das sehen andere Leute im Reichen ganz anders, unter anderem Answin von Rabenmund, der schon auch zu Halszeiten auch schon versucht hat, da den Thron zu besteigen, aber da ist der Einfluss von Kais Vater Reto und Hals selber noch viel zu stark gewesen, Hals selber war eine sehr starke Persönlichkeit als Kaiser und Answin nutzt halt dieses Machtvakuum, was da jetzt entsteht und macht einen ziemlich politischen Buhai auf und da gibt es Machtstreitigkeiten bis auf dahin, dass Answin sich irgendwann selber zum Kaiser ausrufen lässt und dann gibt es ordentlich Ärger und Answin hat auch erbrechtlich sogar Anspruch auf den Kaiserthron, also ganz weit hergeholt ist es auch nicht. Genau und Fallzien Hall, also unser Hall heute geht ja auch noch ganz fest davon aus, dass die Gute geworfen hatte und dass die beiden auch Hinterkopf hatten. Das ja, könnt ihr auch mal im Hinterkopf, also man weiß es nicht so genau. Offiziell ist Reto der Vater von Brinn, aber ihr könnt diese interessante Sache auch mal im Hinterkopf behalten, wenn Brinn und Galotta dann beim Pölle in der Kampagne auftauchen. Ja, also dass Galotta auftaucht und nicht tot ist, wie Torleck behauptet, das ist glaube ich klar. Abenteuer heute. Ja, gibt's denn irgendwas, was wir mit Feramin den nächsten Mal schauen können? Wenn ich den Kalender richtig sehe, dann erst in ein bisschen mehr als zwei Wochen wieder die Semialer bei Rerion. Die Semialer Kampagne ist die Nachfolgefampagne zur Filierson Kampagne und ihr befasst euch gerade ganz schwer mit den Namenlosen und seinen höllischen Ausgeburten. Genau. Wer das gucken will, der schaut beim Rerion rein. Ich will mal kurz verlinken, da ist er. Und, äh, ja, Ozzy, gibt's dich auch, also Ozzy, gibt's irgendwie auch als Streamer? Ja, ähm, also, bei mir sieht man dann momentan entweder Sea of Thieves oder, ähm, auch, ähm, The Witcher, The Witcher 3, da bin ich jetzt schon fast durch die, äh, Hauptstory durch, dann geht's an die DLCs ran. Und ja, was im Rollenspiel zu sehen, gibt's bei mir tatsächlich schon nächsten Sonntag beim Koali, da spiel ich nämlich das Prelude von, ähm, aber jetzt muss ich den Namen selber mal wieder, äh, ähm, äh, weiß den auch grad nicht auswendig, warte. Astanio Armano zu Jannes Berg. Ja, wenn man sich so lange Namen gibt und die sind selber vergisst, ne, ja, ja, der Name klingt etwas liebfältig, aber da ist gar kein Liebfelder, ne? Nein. Mal, wenn ihr den kennenlernen wollt, dann schaut er am Sonntag zu. Ja, da, ähm, kann ich dann noch einmal noch den Kanal von der leider kranken, jetzt kranken Feder verlinken, da kriegt ihr Wechselbalk um die Ohren auf ihrem Kanal, schaut da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich auch. Alle Kanäle natürlich auf YouTube, wenn das nachschaut, verlinkt unten drunter und auch unten drunter findet ihr den Daumen nach oben, den wir gerne nehmen und eine Kommentarsektion, wo ihr uns gerne, äh, Fazit oder irgendwie einen netten, konstruktiven Kritik oder einen lobenden Kommentar oder irgendwie nur einen Smiley oder sonst irgendwas hinterlassen könnt. Wir nehmen alles gerne an und ich gebe das auch immer weiter und, ja, freuen uns über, darüber mit euch in den Kontakt zu treten, wenn ihr das wollt und Fragen habt zum Beispiel, könnt ihr das gerne auch machen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal für euch da, dass ihr zugeguckt habt, für euch, dass ihr mitgespielt habt, euch vier, euch drei, jetzt inzwischen nur noch, ähm, gute Besserung an Feder und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut. Ciao. Ciao.